so let's go in bisschen verschnupft history edition ist also ein remastert für die aktuellen systeme angepasst ist die gold edition gold edition weiß ich gar nicht was da was dafür exterinhalte kam i don't know muss ich was klicken wahrscheinlich ein volk mehr aber ich glaube ich muss klicken aha alle sind bisher aus wie anno also so mit bildchen im hintergrund geil letztes spiel fortsetzen ich wollte gerade sagen ja 1900 bin im weg geht 1997 version 1.51 wir können freispiel ist die frage römische kampagne weltkampagne weil er ballert aber ganz schön laut womit soll ich am besten anfangen römisch oder welt ach so intro lol lol danke schönes grundrausch bordbuch des octavius kapitän der torsius die torsius macht gute fahrt beim mittlerem südwestern morgen werden wir das tückische meer der stürme durchquert haben wenn alles gut geht erreichen wir die latonischen provinzen in vier tagen zweiter eintrag am abend desselben tages am horizont türmen sich wolken und wir sind immer noch ein meer der stürme ich bete zu allen göttern eine lange und dunkle nacht erwartet uns gänsehaut leute gänsehaut 4k history edition 4k eintrag am morgen des 18. tages im monat des mars der sturm überfiel uns wie ein räuber in der nacht und ich musste den treib angesetzen bis in die vierte nacht feitschte uns der wind durch die finsternis vor sich her der ausguck erkannte die gefahr erst als ein blitz hinter den viel zu nahen klippen aufzucht die tortius existiert nicht mehr was von meinem treuen schiff übrig blieb sind trümmer auf einer sandbank vor der küste einer unbekannten insel die sterne sagen dass wir abseits aller bekannten handelswege liegen es wird uns so schnell niemand finden aber den göttern sei dank wir leben und die insel scheint furchtbar zu sein ob hier menschen wohnen wissen wir noch nicht welches schönes logbuch von captain kirk crazy ok römische kampagne kapitel 1 es geht los wait kapitelausweis achso achso ok lol vierter tag nach dem schiffbruch gestern fanden sich alle überlebenden zusammen um die lage zu beraten da keine aussicht auf eine baldige rettung besteht beschlossen wir uns auf dieses äh dieser fremden insel niederzulassen dabei werden uns die geretteten güter aus dem schiff eine große hilfe sein das wichtigste ist die rohstoffe der insel für den aufbau einer siedlung nutzbar zu machen wir benötigen dringend unterkünfte für einen holzfäller schreiner und den steinmetz bauen sie unterkünfte für einen holzfäller schreiner und steinmetz ok älter wer soll das erkennen da unten ha hier sind jetzt schnell gegensatz zu sieht aber ich würd gern erstmal die muckeleiser machen ich dachte es wäre nur speichern ich dachte es wäre nur speichern ok so heilige scheiße warum ist es ui so ultra klein bruder spiel beenden wie schließe ich das fenster aha ok also ich muss mich jetzt wahrscheinlich erstmal ich bitte um geduld ich muss mich jetzt wahrscheinlich erstmal wieder mit der steuerung vertraut man so ich kann nicht ranzoomen ihr habt mir doch letztes mal bei siedler 1 ultra viele hotkeys genannt die alle für siedler 2 waren leertaste war genau ok und es ist auch wieder so es gibt fahnen für straßen bauen gebäude aha jetzt gibt es auch kleine gebäude mittlere gebäude ohne burch als symbol ok so das heißt ich klicke hier hin und baue diesmal steht es auch dran ehre kann ich das ui irgendwie größer machen so das ist jetzt wahrscheinlich wie in siedler 1 ehre so und da kommt jetzt eh noch raus drück y oh ja das ist besser oder oder das ist besser oder so sieht man halt was du kannst auf wege komplett bauen fahne setzen achja fahne setzen stimmt so ok so jetzt holzfäller holzfäller so ihr meintet man kann die irgendwie ah das habe ich ja sehr vermisst bei siedler 1 ne das hatte ich ja angemerkt geil dass die halt instant und man hat auch hier ja ok so geil v drücken dann läuft schneller ja aber gibt es nur zwei geschwindigkeiten ja ok und ein schreiner wo ich hier kann ich nicht aber wahrscheinlich brauche ich eine größere fläche das wäre ziemlich scheiße scheiße ja aber das ist doch richtig mies oder nee wait ist egal oder weil die bringen ja das holz nicht instant zum sägewerk wie bei siedler 3 und 4 sondern erstmal ins lager und dann zum schreiner oder doch direkt scheiße dann vielleicht die straße anders bauen ähm ne ich habe hier keine spots ja dann baue ich hier hilft nichts ne und dann kommen dann reißen wir dich erstmal das tut mir leid holzfäller aber ah es brennt nicht hey ehre so machen wir zwei oder i don't know machen wir zwei ich würde sagen ne ist ja in jedem sie das ist nice ich fühle es ich fühle es guck mal hier werden die gebäude jetzt auch so hoch gezogen fast schon wie bei siedler 3 atemberaubend so jetzt können wir v drücken damit alles ein bisschen schneller geht aber es ist nice ich spiele wirklich zum ersten mal siedler 2 ja ich habe damals in der ersten klasse 19 1998 wait ne 99 warte mal wann kam das raus wann kam das raus wann kam das raus siedler 3 äh 98 oder äh mensch hier wikipedia jetzt bin ich hier beim neuen teil ich glaube 98 ist ja auch egal auf jeden fall in der ersten klasse kam siedler 3 raus und es war mein erstes also triple a vergleichbares game mit age of empire 2 und ähm ich habe tatsächlich dann jahre später glaube 3 drei jahre später oder so äh durch den kumpel ich weiß gar nicht mehr welchen siedler 2 einmal gezockt mit ihm zusammen so koop und ähm ähm als kind äh hat man da jetzt nicht so krass das verlangen ältere teile zu spielen glaube ich da besteht das interesse einfach nicht wenn der neue teil da ist und der geil ist ja das heißt mit 7 äh haben haben wir auch erst einen rechner im haus bekommen gehabt erst hatte 133 megahertz also prozessor ne also war eine maschine zum lernen für meine schwester ja die war die ist vier jahre älter ähm und in der vierten klasse brauchte die die dringend lernen programme und äh ja ich hatte gott sei dank Freunde die mich an äh zum zocken gebracht haben der vater vom kumpel hat mir ein siedler 3 gebrannt hammer wirklich so ehre so die grundlagen für den aufbau unserer siedlung sind geschaffen der baumbestand in diesem gebiet wird aber nicht lange äh jetzt soll ich ein forsthaus bauen ja so ein tutorial äh fehlte ein bisschen bei siedler 1 muss ich sagen aber war vielleicht auch damals nicht standard so ein tutorial so abfahrt ich würde sagen wir bauen hier dann auch noch ein äh so äh äh aha so äh Die lagen aber irgendwie auch näher aneinander, fand ich, so vom Stil her, von der Grafik. Das war halt beides schon 3D. Und Siedler 2 und 3, das, da ist ja wirklich ein bisschen was. Also rein von der Darstellung. Naja, so. Ja, Eis ist tatsächlich einer, der heute noch Siedler 2 spielt. Und ich glaube, dafür ist Siedler 3 und 4 nicht so krass seins. Also haben wir auch zusammen gespielt. Aber er hat auf jeden Fall immer durchblicken lassen, dass Siedler 2 halt absolute Giga-Ehre ist. Elfter Tag, im zweiten Monat nach dem Schiffsbruch. Wir wissen immer noch nicht, ob wir alleine auf dieser Insel sind. Vorsichtshalber sollten wir einen Wachposten an der, an den offenen Grenzen zum Landsinneren errichten. Okay. Baracke. Baracke, Junge. Hoppala. Ja, das gab's dann auch irgendwie für den DS, ne? Ähm, Siedler 2 richtig. Das war eigentlich super unique, oder? Das auf einer Nintendo-Konsole sowas. Also so ein Strategie, ne? Das ist schon krass. Ist es wirklich 1 zu 1 das Game? Oder ist es dann nochmal eine Extra-Version? Das ist halt Ehre. Krass. Das wäre so eine Sache, die mich dazu veranlassen würde, heute jetzt noch ein DS zu kaufen. Einfach wenn ich irgendwie im Flieger bin, Siedler 2 zocken. Falls das jetzt geil ist, ne? Ist ja hier eine objektive Berichterstattung. Ich bin schon sehr kritisch gegenüber den zweiten Teil, ja? Lasst euch das eine Warnung sein. So. Ackern. Ich hab schon Förster. Zwei Stück. Alter, mach Seilspringen. Crazy. Drück mal kritisch S und C, Hanno. Oh, weia. Ist das S für speichern? Durch die Ausbreitung unseres Landes haben wir den Berg im Norden erreicht. Unser Gelehrter sollte sich dort den Boden mal anschauen. Langfristig brauchen wir Brennstoff, Baumaterial und natürlich auch Waffen und gemünztes Gold. Wir müssen also Eisenerz, Gold, Kohle und Granit finden. Unser Weg auf den Berg und schicken sie ihren Gelehrten dorthin. Gelehrte sind das hier? Ist das nicht Geologe? Ist das hier der Berg? Ich habe jetzt S gedrückt und hier ist jetzt eine prozentuale Anzeige. Was ist C? S zeigt die Produktivität an. Crazy. Ja, weil der von hier unten natürlich... Ja, okay. Das ist ja geil. Okay. So, ich soll hier einen Weg hochbauen. Und... Äh! Schöne Kurve, aber das wollte ich nicht. Hä? Reicht! Fertig! Danke. So, und ist das jetzt hier? Gelehrter rufen? Doppelklick. Ah. Für Weg, Ende und Fahne. Okay. Kannst du noch mehrere zu der Sämpflagge rufen? Echt? Machen wir mal drei. Ah, beide Tasten ist wieder... Aha. Das ist jetzt noch einfach viel besser zu erkennen. Alles. Aber guck mal, ich habe hier keine Werkzeuge, ne? Also keine Spitzhaken. Okay. Ja, ich könnte auch noch so eine Steinmetzüte hier bauen. Ach, Quatsch. Was mache ich denn? Äh, hier. Geiler Gem. Ich ehrlich. 16. Tag im 6. Monat. Äh, ich brauche noch mal lange. Wir haben Eisen jetzt gefunden und wären jetzt in der Lage, Waffen zu produzieren. Der weiteren Erkundung der Insel stünde dann nichts mehr im Wege. Dazu müssen wir aber erst ein Eisenbergwerk und die dazugehörige Eisenschmelze bauen. Eine Waffenschmiede könnte dann die Produktion von Schwertern und Schildern übernehmen. Wir müssen aber auch die Bergarbeiter mit Nahrungsmitteln versorgen. Unsere Vorräte sind fast aufgebraucht. Wir brauchen Jäger und Fischer. Okay. Ähm. Ich will hier einen Weg bauen. Das geht nicht. Okay. Also, äh. Hier ist Eisen, ja? Die sind ja geil. Ach du Scheiße. Kann ich rückgängig machen? Ach du Scheiße. Scheiße, Bruder. Rechtsklick. Das muss so schneller gehen, oder? Ah, ich muss einfach wieder auf die Fahne klicken. Okay. So. Eisenbergwerk. Zack. So. Dann. Wahrscheinlich mittleres Gebäude. Eisenschmelze. Äh. So. Und jetzt noch eine Schmiede. Ist wahrscheinlich auch ein mittleres Gebäude. Hier. Schmiede. Kann ich hier nur eine Fahne bauen? Nee. Naja. Okay. So. V. Geil. Geil. Es wird. F2 speichern. Danke. Kohle im westlichen Gebirge. Okay. Hier. Ja, aber wie erweitere ich da jetzt meinen Bereich hin? Also, wenn hier Kohle ist. Naja, ich habe hier keinen Platz für Baracken. Das ist das Problem. Ach, hier oben ist auch noch Kohle. Komm, ich baue hier noch so eine Baracke. So. Okay. Gut. Sehr gut. Ja, aber ich glaube, jetzt habe ich das Game verstanden. Aber wie spielt man die Mission noch zu Ende? Es scheint echt rundes Tutorial zu sein. Sehr gut. Ich bin mal ganz kurz auf Karpfen. 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 und und So, ich werde mir gleich mal eine schöne 5-Minuten-Terrine machen. Okay. So, Volga, äh, Volldampf hier. Fischerhütte. Hatte ich ja jetzt noch nicht offiziell einen Auftrag, er hat es nur erwähnt, nur ich habe gesehen, ich kann es bauen. Ans Meer oder, ja, Flüsse gibt es gar nicht. Aber ich sehe keine Fische. Aber ich meine, ist auch ein altes Spiel. Erkunder? Ein Erkunder? Was macht der? Letzter Tag im 8 Monat nach der Landung. Nördlich unseres neuen Außenpostens liegt eine weite fruchtbare Ebene. Dort ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, unsere Siedlung zu erweitern. Dazu brauchen wir allerdings Soldaten. Ja. Okay. Ja, habe ich ja schon gut erkannt. So. Im See sind Fische. Hier oder was? Da sind Enden. Hä? So, hier kommt der Erkunder. Jetzt bin ich gespannt. Erweitert der in mein Gebiet? Ne, das war jetzt die Baracke. Lol, ich dachte schon. Hä? Äh, hä. Das war genau synchron. Äh, nachdem wir weiter nach Norden vorgedrungen sind, haben wir endlich genug Platz, um größere Gebäude und Bauernhöfe errichten zu können. Jetzt wollen wir das umliegende Gebirge nach Rohstoffen absuchen. Sollen sie nach neuen Rohstoffen und sichern sie die Nahrungsversorgung. Okay. Was macht der Erkunde? Ist es quasi einfach ein... Okay, der erkundet halt. Ehre. Jutti. Äh, hier kommt ne Mine. Kohlebergwerk. Oh shit. Ne. Das war scheiße, Bruder. Von hier hin. Okay. Äh, äh, alter, jo. Bauernhof, okay. Ja, Abfahrt. Machen wir zwei, wa? Zack. Wir machen hier mal ne zweite Straße. Verbinden die hier einmal. So. So, jetzt ja theoretisch. Jagdhäuser. Mal probieren, ne? So, zack. Schauen wir uns an. Zack. Ähm. Alter, die Bucke, ey. Die Frage mit dem Jäger ist... Wo tue ich den hin? Okay. Wollen wir da weiter? Alter, der Jam. Das war eine Baracke. Uh. He, he. Ja, wollte ich ja auch. What the fuck? Irritier mich mal nicht. Alter. Engpässe sind nicht so schlimm wie im ersten Teil. Viel genutzte Wege werden ausgebaut. Und der Träger kriegt den Esel dazu, der hilft, wenn du welche auf Lager hast. Lol. Okay. Yo. Der ist ja sogar einer. Ja, ich dachte, ne? Bei Siedler 1 hatten wir ja das Problem, dass wir übelste Engpässe hatten und sich alles gestaut hat. Du darfst den Bauernhof außenrum nicht zubauen. Okay. Ja, ein bisschen Fläche hat er ja hier. Und der ja auch. Wir sind ja dann in der Produktivität. Das ist ja super. Dann kann man die auch gut vergleichen. So. Hier haben wir jetzt einen Jäger. Hier ist auch ein Hase. Tatsache. Er schießt ihn. Jo. Er packt ihn ein. Irre. So. Was hat er gesagt? Noch mehr, äh, erkunden, ne? Nummer 3. An jeder Fahne können 6 Waren lagern. Dadurch stockt der Warentransport. Ja, aber wenn die ausgebaut werden und das dann schneller geht und da dann auch ein Esel kommt, was ist das für Mucke? Achso, der hämmert hier. Kann ich irgendwie einstellen? Wasser? Huch! 40 Prozent. Um Wege effizient zu gestalten, dürfen zwischen den Fahnen maximal zwei Breite liegen. Ich meine, zwei so Felder quasi, ja. Naja, möglichst eng die, die Fahnenstaffeln, klar. So, erste Getreidefarben ist abgeschlossen. Und jetzt brauchen wir eine Mühle. Oder Schweinehof. Genau. Gut. Das ist die Frage. Mühle. Scheinlich zwei. Ja. Ist jetzt aber sehr nah an dem dran. Nicht optimal. Egal. Ähm. Goldader. Okay. Machen wir auch gleich. Okay. Anscheinend ist Schweine Dings ein ganz großes. Ah. Ja, ist nicht optimal. Aber ist jetzt auch erstmal egal. Ist ja nur Tutorial. Da haben wir Gold. Gold. Wasserader? Lol. Wo? Da? Lol. Ok, crazy So, Fischer Fischer, bitte Jetzt bin ich gespannt Ok Und jetzt soll ich noch hier Goldzeug Münzprägerei Ok Es wird Ja, das Overlay ist halt ultra klein Ich weiß nicht, wie man das Das ist ein guter Punkt, können wir mal versuchen herauszufinden Wie man das irgendwie größer machen kann Das Naturbelegung gibt es hier tatsächlich Tja Weiß das wer? Overlay liegt an der Auflösung Aha Das heißt, wenn ich die Auflösung runterstelle Tja, das ist die Frage Was ist wichtiger? Ich glaube, Auflösung ist schon Nice, oder? Der ist zu dicht am Bauern, meinst du? Ja, ist ein guter Punkt Hier ist ja auch überall Wasser Loll Dann machen wir den da hin So Da 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 Guck mal, da ist auch Wasser So Okay Also theoretisch kann der halt noch Hier, da und da glaube ich Felder anbauen Ich weiß nicht, ob sich das noch auf die Produktivität dann auswirkt Der hat halt echt wenig Platz Nee Hier sind die Esel Insane Wie die abgehen Ist ja der Hammer Ja, theoretisch könnte ich auch noch mehr Minen machen Der hat nur 12, alter Der hat jetzt 44 Das verändert sich Okay, das verändert sich Gut Jetzt ist die Frage Also ja, ich könnte hier ganz vieles optimieren Aber ob das Wurf ist so Bäckerei, ja Also ich denke mir Es ist jetzt ein ganz klassisches Story Und hier ist die Mühle Okay Und dann halt noch Schlachter Ich denke auch Das ist jetzt bald vorbei Schätze dann mit Dem ersten Soldaten Den man rekrutiert Und dann Zocken wir mal Freispiel Da bin ich super gespannt Hab richtig Bock So direkt Freispiel Mit Sieben anderen KIs Oder so Keine Ahnung So viel wie geht Und dann richtig ackern Richtig ackermatch Ja Ja Kenne ich nicht theoretisch Hier auch so ein neues Lager zu bauen Aber wahrscheinlich noch nicht Gut Ich muss das Portal im Norden finden Also ich soll weiterbauen Ja Ja Dann baue ich hier auch nochmal Steinmetz Okay Achso hier mit dem Fischer Achso ist im Bau Hä Wie fehlt es an Rohstoffen Ich habe keine Holz Kein Holz Leute Deswegen geht es hier nicht voran Ja Mensch Da hätte ich auch drauf kommen können Ne Ich mache ich hier jetzt nochmal Forsthaus Holzfäller Okay So Gucken wir mal Ja Tatsächlich wenig Holz Crazy Da habe ich gar nicht drauf geachtet Vor allem die nehmen einen ja jetzt auch hier Bauplatz weg Normalerweise hätte ich jetzt hier gerne noch Holzfäller hingehauen Aber geht ja gar nicht Naja Okay Ja ist nice Macht Bock Aber mir fehlt jetzt natürlich der Gegner Das ist jetzt hier Also letztendlich Lerne ich hier Alles was ich eigentlich schon weiß Aussiedler 1 Aber es ist trotzdem nice zum warmen Spielen Jetzt bin ich auf jeden Fall drin Das mit den Wegen zum Beispiel ist nice to know Jo Ja krass wie viele Weil Siedler 1 dachten Dass Siedler 2 war Was wir nochmal machen können Ist hier so ein bisschen Auch wenn es natürlich klein ist Für alle Beteiligten Aber hier so ein bisschen Oh Unser neue Schweinehof Könnte nur in eine Metzgerei Okay Okay Ja gut Gut dann machen wir das Ähm Fleischerei Okay Okay So Kann man hier irgendwie Prius geben Hier Äh Holzfäller Na gut Wie denn Gibt keine Prius Ne Okay Ja mir wäre es halt lieb Dass hier erst Sägewerk Und die beiden Holz Äh Den Holzfäller Unds Forst ausmachen Anstatt hier oben Aber gut Transport Prio Das hatte ich hier Hier sehe ich auch die Overall Produktivität Crazy Transport Holz Ne Ah Ah So wenn ich Holz und Steine Ganze um ihn getan habe Dann werden die immer Als erstes transportiert Ich denke das ist gut Weil dann immer Äh Die Gebäude Die neuen Gebäude Die gebaut werden Höchste Prio haben Im kompletten Betrieb Ich glaube das ist gut Wir brauchen mehr Holz Vor der Hütte Okay Guck mal Der läuft einigermaßen Bei dem verstehe ich nicht Warum man hier nicht Und hier nichts macht Also hier ist doch Platz So wir bauen ja einfach mal weiter Aber ich muss echt sagen Also ist das Siedler 1 Nur komplett durchoptimiert Also komplett durchoptimiert Das Problem mit den Wegen Scheint nicht so krass zu sein Ähm Man hat viel mehr Anzeigen Viel mehr Auch wenn ich jetzt hier Beispielsweise was hinklicke Da steht einfach Der Name des Gebäudes Heutzutage selbstverständlich Aber bei Siedler 1 Stand einfach nichts Man hatte nur die Symbole Musste raten Wozu das Gebäude Wonach es aussieht Naja es gibt trotzdem Wahrscheinlich noch Probleme Mit dem Wegen Klar aber es ist nicht mehr So krass wie bei Siedler 1 Wo ja dann irgendwann Gar nichts mehr ging Klick mal auf die Taube Welche Taube Ach da Und jetzt Post Ist meine Mitteilung Die ich bekommen habe Oder wie Keine weiteren Steigbestände Oh So Wenn ich dem jetzt noch nicht Prio gebe Bin ich doch Game Over Kriege ich hier Steine zurück Was ist das hier? Bäckerei Ah so viel Fenster Kleine Gebäude brauchen Keine Steine Ah Ah ja Hier fehlen noch Ein bisschen die Kosten So ne Was denn der Bums Hier kostet Sieht man das? Fragezeichen Sieht man gar nicht ne Wenn man was baut Was das kostet Oder Rechtsklick Nee Kosten stehen in der Anleitung Okay Also im Handbuch Na gut So Naja Während die hier bauen Mache ich mir jetzt 5 Minuten Terrine Bis gleich Die ер Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. Amen. Geil. Endlich mal ein bisschen Quality-Food. So, das ist ganz einfach. Ihr tut da Wasser rein, ja? Heißes Wasser bis zur Markierung. Man hört dich nicht mehr. Hä? Klar. Und, äh, dann rührt ihr kräftig um. Ich kann das sehen, ob ihr mich hört oder nicht. Hehe. Kleine Schlingel, ne? Kleinen Primaten. Jetzt sind wir wieder beim Thema. So, und dann, wenn ihr kräftig umgerührt habt. Verschließt ihr es nochmal? Und jetzt warten wir 5 Minuten. Und ihr müsst mich bitte erinnern. Ich muss jetzt schön durchziehen, ne? Wie so ein Tee. So. Schön. Soldaten, ja. Gerne. Was haben wir denn da? Können wir schon? Ja. Äh, die erste Münze geprägt. Äh, ich bin so stolz, Allah. Oh shit, Allah. Ist ja... Was mir ein bisschen fehlt, ist ein zweites Lager. Ich hätte hier gerne oder hier noch ein neues Lager gemacht. Na gut. Also 5 Minuten bitte, Leute. Erinnert mich. Du trainierst deine Soldaten mit dem Münzen. Geil. Zehn Ausrufezeichen. Guck mal, hier oben haben wir jetzt auch schon Esel. Oh, da ist die Münze drin. Im Esel. Hier könnte man auch mal... So. Gleich auch so. Hier geht's immer weiter. Dieses Fahnen setzen immer. Hey. Okay. Klappt das jetzt hier mit der Fischhörte? Jawohl. 52. Schön. Null. Jagdhaus. Ist alles leergejagt. Was ist mit denen? Warum bauen die keine Steine ab? Also er ist nicht besetzt. Ja, aber er? Zwei Prozent? Hä? Sehr gut. Ah, das heißt, wenn ich jetzt hier... Ach, die... Hä? Okay, wait. Was hat er mit... Also, hä? Äh? Erkunden sie die Insel vollständig. Ach so. Na gut. Hier rechts geht's nicht mehr, ne? Hier ist Strand. Jawohl, jetzt wird er geackert. Sehr gut. Klappt das eigentlich mit dem Brunner 100 Prozent? Ja, theoretisch würde ich von den einzelnen Sachen mehr machen. Mehr bauen. Das ist alles sehr nützlich, diese ganzen Übersichten. Gibt es denn eine Übersicht, äh, von welchem Gebäudetyp ich wie viel brauche, damit die Produktivität optimal ist? Guck mal, der hat jetzt 100 Prozent. Geil. So viel Platz brauchen die unheimlich, also... Ja, das mit zwei Först... äh, zwei Holzfäller, ein Förster, ein Sägeweg ist ja... Ist ja Standard, aber... Ist das... oder anders gefragt? Ist das von der Aufteilung wie bei... Siedler 3? 5 Minuten. Stimmt gar nicht. Wir haben jetzt 3. Hä? Ich hab um 10 nachgesagt, jetzt ist 13 nach? Ich bin schockiert. Wollt ihr, dass ich so richtig eklige, harte Nudeln jetzt esse? Echt, acht mal? Na, aber als ich verschlossen hab, echt? Ja, um 8 kam ich mit der Terrine rein, aber um 10 nach hab ich dir das zugemacht. Ich hab zwei Minuten umgerührt. Also wenn ich hier schon... Ach... Notfalls eine Minute länger schadet auch nicht. So... Jut... äh... Was macht denn jetzt das Gold? Baue ich jetzt keine... Also hier wird Gold eingelagert, oder wat? Was ist das? Was ist das? Schildschwert. Oh leu, hier ist jetzt ein krasser reingegangen. So jetzt ein krasser reingegangen. So jetzt ein krasser reingegangen. Das ist schon mal. Oh, okay. Oh, ich kann jetzt das ein krasser reingegangen. Oh, das ist schon mal. Oh, das ist ja auch so. Oh, das ist ja auch so. Na gut. Das heißt, wenn ich Gold habe, sind das einfach bessere Soldaten, ja? Je nachdem, wie viel Goldbestand ich habe. Null. Und die liefern das Gold auch in die Türme und dann werden die Truppen, die da drin sind, besser? Guck mal, der hat so ein goldenes Schild und der hat... Ne, der hat auch ein anderes Schwert. Und der hat halt so ein Holzschwert. Okay, und hier ist doch gerade ein krasser reingegangen. Ja, dann schuldig. Münzen sind wertvoll, deswegen musst du die Goldlieferung auf die Militärgebäude blockieren. Sonst hast du im Land des Inneren Generäle für nichts. Ah. Wie stelle ich ein, dass die Guten immer an den Grenzen sind? Einer hat das gerade geschrieben. Militär. Fragezeichen. Fragezeichen. Oberster Wert entspricht der Rekrutierungsrate ihrer Armee. Je höher sie ist, desto mehr Einwohner werden zu Soldaten rekrutiert. Darunter befindet sich die Einstellung zur Verteidigung ihrer Hütten. Steht dieser Wert auf dem Maximum, werden ihre Hütten durch die stärkste Einheit vor Ort verteidigt. Um die Anzahl der Angreifer, die pro Angriff ihre Hütte verlassen, zu erhöhen, wählen sie die nächste Einstellung. Okay, also aktuell würden beim Angriff maximal viele Truppen meine Militärgebäude verlassen. Ist es richtig? Ne, warte. Hier. Ach so. Ah. Wenn ich den Wert hoch habe, bleiben die Stärksten zu Hause. Die Anzahl der Verteidiger, die im Falle eines Angriffs dem Gegner entgegenläuft, wird durch die vierte Anzeige dargestellt. Die. Okay, also das hier ist superviele Truppen greifen an. Wenige bleiben at home. Und das hier ist die Hälfte der Truppen quasi geht bei einem Angriff entgegen. Also bei einem gegnerischen Angriff. Die letzten drei Werte entsprechen der Besetzung ihrer Wachhütten im Landesinneren. In der Landesmitte und in den Grenzgebieten. Aha. Ja, das ist doch richtig eingestellt, oder? Guck mal, der ist ein bisschen krasser. Der hat so ein römisches Schild. So ist ja richtig eingestellt, ne? Dann sind die Landesinneren... Nee, wait, das hier ist die Grenze, oder? Ist genau falsch rum eingestellt, oder? Oh, lol, die Terrine. Nee, ist richtig rum. Der unterste ist die Grenze. Okay. Okay. So, ja, ja. Zweite Jahr. Wir haben es geschafft, die Gelehrtenberichten setzen und Aktivitäten vor Ort. Sie zuerst, als habe sich ein Weg geöffnet, der uns von dieser Insel wegführen kann. Okay. Tor betreten. Sie haben das erste Kapitel erfolgreich beendet. Okay. Perfekt. Ja, das war doch geschmeidig. Speedrun. Gibt es Siedler Speedrun? Für die Kampagnen? Okay. Also, Szenario, der Ring. Spielziel, kein Spielziel, Aufklärung an. Gab es nicht irgendwie Random Map? Nee, das war erst bei The Next Generation. So steht hier der Beispiele, 4, 7. Nee, wait. 6, 7. Okay, wir nehmen 7. Boah. Bündnisse, Weihnachten, äh, jeder gegen jeden. Waren im Lager wenig. Kein Spielziel. Ja, geil, wir machen jetzt richtig Ackermatch. Geile Muggel. Spiel mal Afrika-Volk. Ach, wait. Ah. Also Brutus und der andere waren Römer. Erik, Erik, glaube ich, der Wikinger. Knut auch. Olaf auch. Ja, Mauchi ist wahrscheinlich Asiate. Ach so, hier sind auch ein paar, die sind schon... Oh. Okay, welches Volk spielen wir, Leute? Sollen wir hier so einen Eingeborenen nehmen? Schacker? Wikinger? Der Eingeborenen, oder? Warum, warum, was findet ihr an den Wikingern so geil? Was kam durch die Gold-Edition dazu? Die Wikinger? Ja, dann spielen wir Wikinger, wa? Schön hier. Olaf war da eben noch. Nehmen wir Olaf. Olaf ist doch Wikinger, oder? Geh ich von aus. So, das ist noch sehr heiß. Ich glaube, Olaf ist Wikinger. Olaf ist Rentner. Ich glaube, es gibt von jedem Volk Meere, oder? Ich könnte auch Knut nehmen, das ist auf jeden Fall safe, ein Wikinger. Okay. Gut. Da machen wir go. Abfahrt. Wie war Ranzoom? Z. Okay. Also, hier unten Stein, da ist auch Stein. Die brauchen wahrscheinlich richtig viel Holz. Hier machen wir eine Forsthütte hin. Hier machen wir eine Holzfäller. Hier machen wir eine Holzfäller. Hier machen wir ein Sägewerk. Straße bauen. Zack. Straße bauen. Zack. Straße bauen. Gut. Sägewerk, Holzfäller. Holzfäller. Gut. Jetzt machen wir hier noch ein Sägewerk. Forsthaus. Holzfäller. 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 Wait, haben wir jetzt irgendwas vergessen? Nee. Straße. Ja, nee. Alles gut, oder? So. Jetzt. Ei. Was habe ich jetzt gemacht? Steinbruch? Steinbruch. Hoppala. Alter Beiner. So. Gibt es eigentlich eine Minimap? Hier, Landkarte. Guck mal. Okay, ähm. Hier eine Baracke. Neu. Hier eine Baracke. Äh. Ach, hier ist das Wachstube. Okay, Bruder. Nee, wait. Hä? Nee. Baracke gibt es auch. Was ist denn eine Wachstube? Ach, das ist... Okay, es gibt eine Baracke, ein Wachstube und ein Spähturm. Okay. Da passen drei Soldaten rein. Ah, okay. Nee, da wollen wir erstmal nur Baracken. Und Spähturm ist dann, ja, ein Spähturm. Hier ist, by the way, ein ziemlich fetter Berg, ne? Guck mal, hier können wir doch theoretisch auch eine Baracke bauen. So. Gut. Das sieht schon mal ganz ordentlich aus. Übrigens, im Gegensatz zu Siedler 1 ist hier nicht erkundet. Man sieht den Gegner nicht. Ziemlich crazy. Okay, wir drücken mal V. Ach so, lol, es war an. Ja, wir könnten hier schon mal einen Weg hinbauen. Und da einen Gelehrten rufen. Vielleicht sogar zwei. Hier könnten wir das auch machen. So. Schauen wir mal. Das Hippie gibt's hier auch schon. Stimmt, Erkunder könnte ich auch ballern, aber das Ding ist, kosten die irgendwas? Weil, was spricht dagegen, einfach 38.000 Erkunder an den Grenzen rauszulassen? Die laufen nicht weit, deswegen. Du hast nur zwei Erkunder oder so. Okay. Hat keiner so richtig einen Plan? Hier ist Kohle ordentlich. Sehr geil. Hier ist Erz ordentlich. Boah, da müssen hier die Steine weg, bin ich ehrlich. Okay. Gut. Nee, okay. Sweet. Sweet. Ich überlege, wo am besten was dann hinkommt. Also die Steine sind ganz schön im Weg, die müssen alle weg. Ich brauche halt Nahrung. Die braucht viel Platz. Also hier habe ich einfach extrem viel Kohle und hier habe ich gut Erz. Das heißt, in der Mitte wäre eigentlich nice so, die schmelzen und so zu haben, aber ich habe hier halt keinen Bauplatz dafür. hier könnte nochmal einen Holzfäller hin, einfach nur damit der hier alles wegfällt. Hier mache ich mir hier Platz. Ja. Wir haben gar nicht mal so viel Bretter, ne? Bei den Völkern ist es unterschiedlich, was die benötigen an Ressourcen. Also wie bei Siedler 3 und 4. Dass Wikinger super viel Holz beispielsweise brauchen. Nee, okay. Hier hätte ich Wasser. Aha. Alter. Ich habe ein bisschen Pech, dass hier überall so viel Stein ist. Bin ich ehrlich. Wie ist es mit dem Lager? Kann ich... Ist das hier wie ein Siedler 1, dass es Sinn macht, Lager zu bauen? Lagerhaus. Braucht der Steinbruch-Boy ne Spitzhacke? Aha. Ja. Scheiße. Ja, gut. Dann... Hier nur eine Baracke. Hm. Super viel Wasser. Okay. Äh. Holzfäller braucht wahrscheinlich eine Axt, ne? Oh. Okay. Kriegen wir alles hin. Ja, dann würde ich jetzt vorschlagen, bauen wir einfach mal ein paar Minen. Eisenbergwerk. Huch. Huch. Möchtest du der Fahne? Ja. Hier könnte ich auch Kohle machen. Nee, kann ich nicht. Das ist zu nah hier an der Grenze. Hier könnte ich noch eine Baracke bauen. Hm. Mach ich hier noch ein Eisenbergwerk? Ah, der Stein... Also... Ah, werden hier nicht so viele Bäume? Und die Steine? Dann hätte ich, glaube ich, hier perfekt Platz so für... Erdschmieden... Äh, Schmelzen und... Schmieden und so. Okay. Hier geht's auch gut weiter. Hm. Hier würde ich einen Jäger, glaube ich, hinballern. Erstmal. Gucke ich mir dann die Produktivität einfach an. Ähm. Hier wäre, glaube ich, auch gut. So, wie ist das hier mit den Flüssen? Oh, hier habe ich gut Platz. Nice. Wie ist das mit den Flüssen? Kann ich da Fischereien bauen? Hier ist nice. Ähm. Flüsse sind aus Wasser. Hm. Die sind vereist. So, Eisenschmelze. Schmiede. Ich glaube, Schlosser wäre halt auch brutal wichtig, ne? Schlosser ist doch, äh... Ja. Ja. Das ist, glaube ich, erstmal wichtiger, tatsächlich. Vielleicht kann ich hier noch einen Schmied hinbauen. Oder wenn die Steine hier weg sind. I don't know. Okay. Also, sie sind zugefroren. Ja? Crazy. Ja, stimmt. Hier sieht man's. Hier ein Jäger wäre echt noch gut. Glaube ich. Jagdhaus. Okay. Hier oben ist Gold. Das heißt, ich baue hier eine Baracke. Uh. Aha. So. Dann mache ich hier oben... Okay, Gold. So. Nahrung. Ich muss die Bäume loswerden. Wie viele Äxte habe ich denn? Zwei. Dann brauche ich jetzt hier einen... Holzfäller hin. Okay. Und... Hier. Okay. Gut. Oh, hier ist er richtig nice. Oh. Ist hier eine Grenze? Ich glaube. Ah, hier ist er richtig nice für Nahrung theoretisch. Aber das ist halt ewig weit weg. Jo, das ist der Afrikaner. Oh, ja. Oh, ja. Okay, wait. Den reißen wir nochmal ab. Äh, okay. Schade. Ja, dann mache ich hier Schmied hin. Was sind eigentlich die Größen? Eselzucht, Festung, Schwein... Okay. Schmiede. Gut. Na gut, dann kommt ja doch der Holzfäller hin. Also hier wäre perfekt für Nahrung tatsächlich, weil die Minen sind in Reichweite. Ja. Bauernhof. Ne. Wait. Äh. Wollte ich noch... Ja, ich mache hier noch einen Holzfäller. Ne. Ah, wie mache ich das? Komm, hier noch eine Baracke erstmal. Das ist aber schön hier außen. Nicht das hier, ne? So. Ähm. Die Bäume müssen alle weg. Die hier auch. Da ist er schon dabei. Hier mache ich einen Spähturm. So. Ähm. Ja, hier kann das jetzt auch zusammenführen. Ist ja egal. Oh. So. Okay. Hier noch ein Gelehrter. Ja. Wie viel Spitzhacken. Keine. Warum Minenarbeiter Spitzhacken? Also wir haben jetzt hier eine Schlosserei. Ich würde jetzt hier gerne was in Auftrag geben. Macht der automatisch, wovon ich nichts habe? Weil ich habe keine Exe mehr, keine Spitzhacken. Und blättern? Hä? Seite 2? Werkzeugmenü. Ah. Okay. Okay. Gut. Dann. Jetzt nur ein Holzfäller. Das werde ich alles wieder abreißen. Ich muss nur die Fläche da freikriegen. Hier ist er auch am Ackern. So. Lager. Das wäre doch hier unten eigentlich recht angebracht. Wie. Was für einen Platz brauchen wir das Lager? Hier mache ich auch noch eine Baracke. Oh, geht nicht. What? Hä? Hier geht echt nicht. Lol. Äh. Kann man da nicht hinbauen? Geht nicht. Lol. Ja, wow. Hä? Na dann hier. Gut. Wait. Hier habe ich noch einen Spähturm gebaut. Oh, ich glaube, er hat die Grenze herangerückt. Deswegen ging der nicht. Okay. Gut. Baracke. Ja, dann würde ich hier jetzt, äh, Gold. Werkwerk machen. Und Kohle. Hier habe ich jetzt zwei Gold, zwei Kohle. Kann hier die Münzscheiße hin. Oh, geht das wieder nicht? Doch. Okay, weird. Gut. Ähm. Ich könnte jetzt folgendes machen. Hier schicken wir nochmal Leute hin. Hier wird hoffentlich jetzt, jawohl. Hier ist freigehackt. Der kann weg. Geil. Das sieht gut aus. Ähm. Der, 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 hat mich eingenommen. What? Äh. Hey, wieso kann ich nicht? Wieso kann ich? Bist du nah an der Grenze, oder was? Hey, warum kann ich keine militärischen Gebäude mehr bauen? Baracke zu nah. Zu nah. An der? Okay. I guess. Ja, scheiße. Okay, ich habe jetzt erstmal Slowdown gemacht. Ähm. Was ist jetzt das taktisch Klugste? Also. Ich würde jetzt gerne hier Nahrung machen. Hier habe ich Platz für einen Bauernhof. Aber für die anderen Gebäude nicht wirklich. Hm. Hier könnte ich bauen. Also das muss ich unbedingt wiederkriegen. Angreifen. Sollte ich echt angreifen? Das Ding ist, hier könnte ich halt auch eine Burg erstmal bauen. Ne, könnte ich nicht, weil es mir ja zu nah ist an irgendwas. Hier mache ich eine Wachstube. Das schon mal safe. Angriff. So. Hier ist ja auch eine... Ne, ist meine. Spähturm. Hat richtig gut funktioniert. Erkunder. Okay. Hier angreifen? Ah, kein Angriff möglich. Kein Angriff möglich. Okay, also. Ich mache jetzt hier erstmal... ...nen Bauernhof hin. So. Dann mache ich hier... ...ne Mühle hin. Und hier... ...ne Bäckerei. Das ist... ...recht weit weg, aber... ...hier habe ich Platz. Nein. So. Okay. Ähm. Ja, hier muss ich irgendwie einen Zugriff machen jetzt. Wachstube. Zack. Wo macht der da so eine Kurve? Katapult zu verteidigen? Ah ja, Brunnen. Also hier muss ich jetzt irgendwie angreifen. Aber wie? Kein Angriff möglich. Warum nicht? Ich habe zu wenig Truppen oder was? By the way, hier sind fast alle Steine weg. Brunnen geht fast überall. Hä? Aber die müssen nur Wasser entdecken, dachte ich. Okay. Dann baue ich... ...hier in dem Brunnen hin. Okay. In der Militäroption Angriffsstärke erhöhen. Okay. Äh... Militär... ...habe ich doch volle Lotte. Ist doch alles richtig, oder? Truppen zur Grenze geschrieben in Caps Lock. Okay, also so... Ich weiß ja nicht, was hier was bedeutet. Steht ja nicht dran. Ich habe hier eben die Erklärung gehabt, aber... ...so wie ich das verstanden habe, ist es so... ...so sind die ganz weit weg. Landesinnere, Landesmitte, Grenzgebiete. So, Grenzgebiete sind voll besetzt. So hoch wie geht. Das ist richtig. Wenige Angreifer, mehr Angreifer, defensive Verteidigung, aggressive Verteidigung. I see. Das heißt, das hier stelle ich hoch. Schwache Verteidigung. Okay. Aha. Ähm. Starke Angreifer. Angriff. So. Da kommt Ener. Jetzt gibt es Ackermitsch. Ach, Stube baue ich hier oben schon. Kann ich die ausbauen? Ne, ne? Ach, das ist ein Holzfäller. Ne. Okay, der greift jetzt an. Und hier unten kommt auch einer und greift an. Da greift auch einer an. Okay. Da gibt es jetzt Ackermitsch. So. Jetzt sind wir wieder da. Ne, wait. So. Jetzt baue ich hier eine scheiß Festung, Bruder. Warum geht das nicht? Hier? Ja. So. So. Jetzt baue ich hier noch einen... Oh, wait. Wir bauen noch einen Spot für die Schweinezucht. Das dürfen wir nicht vergessen. Oh, wait. Die könnte hier hin. Hier noch einen Holzfäller. Let's go. Ich habe jetzt Tempo eh erst mal rausgenommen, weil ich jetzt ein bisschen Entscheidungen treffen muss. Aha. Hier ist der Afrikaner im Schnee. Ich muss hier aufpassen, ne? Da bräuchte ich mal vielleicht... eine Wachstube. Die kann eigentlich weg, oder? Okay. Ähm. Ich glaube, ich mache hier einen Bauernhof hin und wenn hier alles weg ist, glaube ich, ist da genug Platz für eine Schweinezucht. Bin ich ehrlich. So. Dann hier, ne? Oh, Lagerhaus. Lagerhaus wäre auch gut. Könnte ich da bauen. Hier könnte ich ein Lager ausbauen. Das wäre gleich gut. Oh, guck mal. Hier ist jetzt Platz geworden. Hm. Auch gut. Dann machen wir hier die Schweinezucht hin. Und hier die Fleischerei. So. Geil. Äh. Hier brauche ich aber dann auch noch Wasser, ne? Und. So. Hier wird die Festung gebaut. Hier ist noch ein Bauernhof. Ja. Wo mache ich jetzt am besten Lager hin? Ich kann nochmal speichern. Lager an die Festung. Du willst du jetzt richtig in den Gegner expandieren. Das stimmt. Dann machen wir das. Aber hier wäre halt auch ganz passend, ne? Na gut. Achso. Warte mal. Schmiede. Ja. Schmiede ist sehr unproduktiv. Die ganze Scheiße hier auch. Ich habe noch gar keine Kohle hier, ne? Ich habe noch gar nicht mehr. so wir sind schwer zu erkennen wie auf dem gebirge wir haben alle keine spitzhacken kann ich hier angeln kann ich hier ein fischer machen ich glaube das wäre schlau weil wenn das so ist wie bei den anderen teilen dann ist ja frisch für goldmähn hier sind die goldmähn als gucci ich glaube ich muss hier zwischendurch steppes bauen das ist schwierig gut aus nicht besetzt das sehr produktiv alles also ja ich hatte tatsächlich nur hier oben die machen nix wahrscheinlich weil die keine spitzhacken haben aber der schlosser macht auch gar nichts wie ich jetzt game over die haben keine nahrung okay ja stimmt die sind ja besetzt okay die brauchen einfach nur nahrung ja das wird hier alles gebaut gut dann machen wir mal wieder ein bisschen schneller krass alter wie der meine leute macht so jetzt baue ich hier erstmal was was schnell gebaut wird irgendwie i don't know ist alles zu nah anscheinend hier auch nicht hier ach stube i guess kann ich hier wie mehr leute rein schicken wenn ja wie upgrade ja in land verteidigung hochsetzen okay ähm militär so bei der wahren verteilung die wieder runter das hoch und transport oder verteilung schlosserei so gut ich glaube so schlecht okay frustrierend also ich wollte jetzt gerne einstellen dass der schlosser hat vorrangig sachen bekommt und demnach die produktivität von dem dass der einfach eine prio hat und spitzhacken herstellt und so wie ich diese menüs verstehe habe ich jetzt zumindest die spitzhacken mit den hämmern zusammen als höchste prio warum auch immer die eigene hohe prio so kann ja auch ganz hoch setzen da muss ich die nur später wieder weg machen und bei der verteilung der waren beim schlosserei die hat die höchste verteilung so ich denke das war gut was war daran schlecht schmiede runter machen komplett runter damit der wirklich erstmal gar nichts kriegt so irgendwie geht es ja auch nicht durch mir fehlen bretter aber ich habe ja ich könnte hier noch irgendwie hier könnte ich noch oh wait hier könnte ich auch noch bauernhöfe und so machen hier könnte ich noch sägewerk und dings bauen ich weiß ja doch gar nicht wo ich jetzt so ein lager hin bauen soll wahrscheinlich erstmal na gut die ganzen sachen sind jetzt fertig außer der bauernhof der ist nur im bau das ist schon mal gut ja ich muss jetzt erstmal warten dass die sachen hier fertig gebaut werden gerade das hier alter das ist super wichtig sind hier zwei drin ne ich habe keine soldaten mehr ne doch ein schwert und ein schild habe ich noch ok holzfäller nicht besetzt wahrscheinlich weil ich keine achse mehr habe ne aber ich habe doch den einen holzfäller abgerissen der hier kann weg so jetzt ein holzfäller achso nice geht der jetzt hier i guess ok so ja ich muss jetzt hier erstmal bauen lassen bisschen oh der hat hier schon ei 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 der hier kann glaube ich weg der steinbruch dann kann ich hier einen hinsetzen so der hier kann auch weg dann setze ich hier einen hin ok so die wachstube muss jetzt unbedingt fertig werden aber ich bringe mir eigentlich nicht viel weil ich nicht genug schwerter und schilder habe lol nein der afrikaner was hopst der so alter warum ist der stärker scheiße bin ich aber auch mies eingekesselt ne der ist schon übel ja hier kommt der jetzt auch rein scheiße bruder aber kann der es halten jetzt werde ich hier zeitgleich angegriffen ok aber der eingeborene ist rib das ist jetzt sehr wichtig was hier passiert man hat doch keine lebensanzeige man weiß gar nicht so woran man nein scheiße bruder ok das hole ich mir wieder jetzt fehlt nur noch das rot rein rennt ok aber das hier haben sie gehalten boah man jetzt macht den bauernhof fertig ammoniak c ne s 100 jagdhaus der hier nicht so ich brauche jetzt irgendwie schnelle nahrung wo wäre hier noch ein guter spot für den jäger hier oben ich habe so viele baustellen ich brauche halt echt äh holz ich brauche holz warum sind hier eigentlich hier äh schweinezucht und alles eher fertig geworden als der fucking bauernhof ich checke es nicht was ist hier das problem den habe ich auch als erstes gesetzt und dann erst die anderen hier bin ich sehr angreifbar ok ich mein's ich glaube ich mein's hier ein sägewerk der steinbruch kommt weg dann kommt hier holzfäller hin hier ein forsthaus das alles jetzt nicht optimal aber ist okay dann wenn das weg ist kommt da noch ein holzfäller hin oder hier ihr könnt dann auch noch ein steinbruch hin erstmal fähnchen gut ne ich glaube produktivität ist hier schon gut auch von den forsthäusern sieht so aus als wäre das wären hier zu wenig bäume aber hier ist produktivität alles auf 100% ich glaube ich habe einfach für die anzahl an baustellen die ich gerade äh ja oder jetzt in letzter zeit hatte oder habe habe ich einfach zu weh also noch zwei holzfäller und sägewerk wäre gut gewesen so ok ja ich muss jetzt hoffen dass die KI mich jetzt ein bisschen in ruhe lässt aha ja scheiße bruder das muss jetzt hier alles im wallung also der der hier da weiß ich nicht was hier los ist der geht auch nur hin und her ist das verbagt kann ich das irgendwie einsehen fehlender bretter wichtigste position gerade der fucking bauernhof hier auch fehlen bretter ja gut aber hier bringen sie bretter hin da stimmt was bei der warnverteilung nicht wahrenverteilung bretter gehen an baustellen ja ne wie war das nochmal äh transport so achso und holz auch recht hoch so ich hoffe dann geben die hier noch mehr gas rot greift an oh alter ist das denn scheiße ernst ja hier dritten drei fünf leute rein rip ja das lost sick tja ok aber learning ist noch mehr holz also weil offensichtlich haben die das ja hinbekommen also die die haben ja schon alles am laufen wie ich das hier sehe mit bauernhöfen das heißt ich war einfach zu langsam ich hätte noch mehr holz abbauen müssen er pulsieren müssen und ich glaube auch ein kleiner punkt das sieht man auch in der minimap ganz gut ich bin ja genau in der mitte und echt umringend von gegnern das ist glaube ich auch ein bisschen an lucky gewesen mehr holz wenn du grenzen siehst sofort großes militär gebäude ok aber was mir aussehen muss wenn ich ein großes militär gebäude sehe spawnen ja hier soldaten für mich und gehen da rein aber nur wenn ich genug schwerter und schilder habe ne sprich stand jetzt hätte ich zum beispiel gar nicht würde es keinen sinn machen große militär gebäude an die grenze zu setzen ne weil ich halt umblättern und jetzt hier sehe ich noch mehr aha aha und bier du hast 100 soldaten im hauptquartier was äh äh ne tch aber ja ok sprich glaube ich hohen war entscheidend also das war halt wichtige fläche einfach doch und retro perspektivisch hätte ich besser machen müssen als hier die grenze gesehen habe hätte ich hier einfach erstmal auf jeden fall eine wachstube bauen sollen ne festung wäre too much oder weil die schluckt halt super vier ressourcen erstmal und hier unten gut hier unten habe ich dann gemacht wachtturm turm also hier wäre eine festung ah mittleres ok das kann ich noch gar nicht ok ja dann würde ich sagen äh starten wir das neu geht das wahrscheinlich nicht mehr freies spiel aber die wikinger haben mich jetzt nicht so abgeholt keine schweinefarm lieber nur mühle und bäckerei die wikinger haben mich jetzt nicht so abgeholt ich spiel es mal asiaten asiaten hatte ich jetzt auch da noch gar nicht gesehen tsunami so ok gleich ein römer Julius so ok dann würde ich sagen machen wir go ich glaube meine startposition war auch nicht so nice tatsächlich einfach weil boah siehst du das wirkt schon tausendmal besser weil ich halt auch so eingeengt war vom äh von den bergen ok das ist premium so so drei holzfäller vier vier zwei sägewerke jetzt geht's ab freunde ich sag's euch reicht jetzt Steinbruch im Büro so hallo Vlesk was geht ich glaube dass wir jetzt ja ich habe jetzt vier holzfäller zwei sägewerke zwei Förster und zwei Steinbrüche in Auftrag gegeben und viel geiler verteilt schockküsiell alle so jetzt machen wir folgendes nein hier so Erkunde aussenden nach Leute ist komplett schwarz nach unten auch und nach oben auch kann ich drei haben ne ok ok so wusste ich jetzt meine Soldaten ich habe keine Schilder keine Schwerter ich habe acht gehilfen ach da 25 Soldaten ok ok also hier ist so viel Bauplatz gerade fehlt mir eher gebirge es könnte im Norden sein wo ist die minimap aha hier ist sehr viel stein das müssen wir später abholen ok uch ne ok ok ich muss bei den ersten Marken die Münzen verbieten alles klar aber ich habe ja eh noch keine Münzen ne gut also ich würde jetzt glaube ich in jede Richtung einmal expandieren bin ich ehrlich und am Anfang baue ich Baracken oh nach oben machen wir auch kann ich jetzt schon verbieten ne ok jetzt habe ich ein viel besseres Gefühl muss ich sagen das eben war auch einfach eine kack Map mach es trotzdem da deine Arbeiter mit dem Münzen 100% Tilt aktiviert haben alles klar so wo sind jetzt hier meine schwarzen Männer geht mal einer jetzt nach oben habe ich doch gesagt oder oh leu hier ist sogar nicht connected ei ok ok kann ich hier hin ne ok hier unten kommt Wüste das brauche ich alles nicht aber die Fläche ist Zucker gut ja ich glaube die Einstellungen sind halt wirklich sehr essentiell äh aber da blicke ich noch nicht so durch da fehlen noch die Erfahrungswerte so wir machen hier mal schneller so die Hacken sehr gut ok wie viel Spitzhacken habe ich noch eine wie viel Minenarbeiter habe ich potenziell drei Gelehrte hier sehe ich alles ein Schlosser fünf Bergarbeit ok Steinmetze null das heißt sie können nur ein Steinmetze bauen das bleibt aufgedeckt ne dass kein Nebel des Krieges kam die Entfernung der Baracken werden die mit der weißen Flagge angezeigt so ich brauche Gebirge die Säge Mühle müssen jetzt mal arbeiten hier wir sind jetzt erst fertig Haus nicht besetzt why jetzt wir sind jetzt erst fertig naja müssen die wissen ne ah ne auch nur Steine hier ist Wasser auch Gebirge da noch ein Erkunder so ja machen wir fertig zack Münzen aus da geht der Asiate hin zack so such Gebirge Junge Gebirge hier wäre delicious Platz für Essen sollten sollte die ganze Nahrungsmittelproduktion Richtung Gebirge sein da von der Bäckerei und vom Schlachter die Ressourcen direkt transportiert werden zu den Minen oder gehen die produzierten Güter eh erstmal ins Lager und von da in die Mine bitte spoilert mir doch nicht wo das Gebirge ist das ist doch Teil des Spielspaßes zu erkunden achso das hier ist Gebirge ne ach weil das so gelb ist ok 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 ich glaube ihr also ja ja ok brauche ich hier nochmal eine hin eine Baracke zack mach das weg Junge so also mir geht es darum hier ist halt wunderbare Fläche für Nahrung aber wenn hier die ganzen Minen kommen dann würde ich die glaube ich eher hier hin machen oder 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 keiner so richten Antwort drauf ne also anders gefragt werden die Nahrungsmittel direkt zu den Minen gebracht von der Bäckerei und vom Schlachter ja oder nein ich habe nur eine Pickaxe aber ich habe acht Werkarbeiter ja ok dann baue ich die oben mit Baracke da oh ne wait a minute ok très bien dann machen wir hier erstmal so ok ok dann ist mir hier unten egal ja hier wäre noch eine Baracke ganz gut um die Stadt ja klopfen die noch frei so vier Holzfäller zwei Sägewerke das geht nicht weil hier ein Baum dazwischen ist wa? eh ok das sieht gut aus da habe ich schon mal habe ich da jetzt mehr als letzte Mal ne ne ich habe jetzt genau ok wait wie viele extra habe ich noch? drei und eine Säge gut nutzen wir Holzfäller Holzfäller ähm Forsthaus so und Säge weg hier noch Trebian sehr gutes Gefühl habe ich ah 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 so keine Münzen der hackt hier sch- er ist ein Forsthaus ich Affe scheiße den Arsch Bruder aber ich habe ich habe so Alter wie weit erkunden die ihn auf einmal holy shit ok so so na aber jetzt äh läuft doch schicken wir mal zwei hin so böse wenn ich Türme abreiße verliere ich dann das Gebiet wieder ok ok oh ist das lecker so jetzt brennt doch da fertig mashallah so wie viel Holz und Stein haben wir jetzt gerade äh Stein aber richtig viel aber Holz ok ja dann warte ich erstmal dass das hier alles in Betrieb genommen wird und dann baue ich erst Nahrung und dann die Minen wobei ja doch zumindest dass die Nahrungskette einmal steht also jetzt nicht ultra viele Bauernhöfe oder so aber von allem erstmal eine Sache und dann erst und wir genau ja alternativ könnte ich auch tatsächlich Jagdboden bauen äh ja ist die Frage aber solange kein Gegner in Sicht ist brauche ich mich glaube ich nicht beeilen und ich habe hier so gute Fläche dafür so so wacke wacke dann lass mich doch jetzt hier einfach und dann jetzt kommen die Bretter rein ihre dann erster Bauernhof zack entspannt euch entspannt euch ich habe ein Gameplan Ihr werdet sehen, ich werde alle wegmachen. Ich werde alle wegbumsen. Oh! Okay. Was haben wir gelernt? Wachturm. Da ist der Feind. Keine Münze. So. Mühle. Bäckerei. No. Schweinezucht. Bäckerei. Jetzt geht's. Loll. Okay. So. Ah. Jetzt geht's ab, Leute. Was ein Verkehrsnetz, ne? So. Brunnen. Right. Scheiß drauf. Zack. Hammer. Wie das hier läuft. Wie geschmiert. Geschnitten Brot. So. Wie viele Bretter? 13? 12? Okay. Abfahrt, Jungs. Ich will jetzt das hier ackert. So. Das soll ich mal weiter erkunden. Also unten haben wir ein Gegner. Hier können ja keine Gegner rüber, oder? Übers Water. So. So. Jetzt können wir ja, während die hier bauen, uns nochmal die Militärgeschichte anschauen. Hä? Warum, warum habe ich jetzt hier keine Anzeige mehr? Ah, lol. Das wird hier angezählt. So, ne? Mehr Verteidigung. Richtig? Starke Verteidigung. Ja, oder? Okay. Jetzt gehen die besten Truppen immer in die Baracken. Okay. Und unten ist es ja so, dass ich hier an den Grenzgebieten die meiste Verteidigung habe. Die sind doch richtig eingestellt, oder? So, und das hier ist mehr Angreifer. Das würde ich jetzt auch, das würde ich jetzt auch ganz hoch machen, dass in dem Falle, wo ich angreifen will, also ich, ne? Wenn ich angreifen will, dann brauche ich ja viele Truppen dafür und die will ich ja zur Verfügung haben. Okay, dann habe ich das verstanden. Amina, Kognak. So. Der ist jetzt gleich fertig. Das läuft gut. Der pumpt hier Wasser. Ich hoffe, das passt. Jetzt könnte ich just for the Lulz... Achso, hier könnte ich nochmal erweitern. In der Baracke. Weil ich hier keine Fahne habe, ne? Nein, bitte. Wie breche ich das jetzt ab? So. So. Okay. Die Asiaten werden jetzt hier alles überräumen. So. Oh, das ist ja ein Dream. Ich brauche halt nur noch Gold. Aber ich habe ja hier... Was ist das für eine Map? Holy shit. Die ist ja komplett broken. Riesiges Gebirge. Maschala. Huch. Ich brauche nur noch Gold. So. Hier lasse ich aber die Goldmünzen an, ne? Ah, ich kann mal einfach rechtsklicken ins Fenster machen. Dann geht das weg. Geil. Geil. Ja, der Steinmetz. Danke. Steinbruch. Ist ja Bruch. So. Hier würde ich meinen Weg rüber spannen, glaube ich. Hier kann ich eh nur fahren, äh, fahren machen. So, aber der macht hier ja auch Felder, ne? So. Jetzt sollen da bitte richtig viele Leute rein. Geht rein. Soll ich jetzt hier eine Festung bauen? Oder ist es zuerst mal nice? Ja, ich bräuchte vor allem noch einen Bauernhof. Hier oben könnte ich nur einen machen. Ja. Warte, nicht wieder zu viele Baustellen. Wie viel Holz habe ich? Alter, okay. Mehr Baustellen. Hamdula. So, da wird jetzt gebaut, Alter. Äh. Kohle. Eisen. Äh. Kohle. Äh. Eisen. So. Die Steine müssen alle weg, bin ich ehrlich. Ich habe keinen Bauplatz jetzt für Eisenschmelze und so. Wieso ist jetzt hier nur einer drin? Da soll... Ich habe doch genug. Ich habe doch genug Leute. 15. Die sollen doch mal alle rein. Warum gehen die doch nicht rein? Schweine. Schweinezucht hatte ich. Doch, Schweinezucht ist hier. Fischer brauche ich aber noch, das stimmt. Mittlerer Entfernung. Die Grenze ist noch zu weit weg. Ja. Jetzt rennen die runter. Sehr gut. Rein in den Tower. Okay. Erkunden. So. Hier könnte ich jetzt... Also ich brauche erstmal einen Schlosser und eine Eisenschmelze, damit ich Spitzhack machen kann, damit ich die ganzen Steine wegflügen kann. Das ist jetzt wichtig. Das heißt, ich könnte hier auch ein Lager hinbauen. Das mache ich dann später, glaube ich. Erstmal muss ich das hier freikriegen. Also, ein Ei, eine Ibuprofen, ein Schlosser und dann kommt Bier ins Spiel. Also, eine Baracke. Fahren über dem Militärgebäude. Gucke ich mir später an. Erstmal hier. So. Schmied. Was ist, wenn ich hier ein Lager baue? Ich hätte gerne hier das Lager. So richtig mitten in der Industrie. Schmelze habe ich. Jo. Ist im Bau. Ich habe sehr viele Bretter. Hier ist Gold. Sehr gut. So, Fischer. Angeln. Wie war man da? Ist das der Angelhaken hier? Drei! Well, Achmed, Hamdula. Wir hauen jetzt hier ein paar Fischereien raus, Alter. So. Okay. Läuft, läuft, läuft. Läuft. Zweiter Bauernhof kommt. Wie viele Sensen haben wir noch? Drei. Ach. Ab Fahrt. Und Fahrt heißt auch Forts, Bruder. Ah, nee, 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 lieber so eine Beugung, ne? So. Mühle. Ein Ei. Ein Ei. Ein Ei. Eine Ivo. Zweite Bäckerei. Und ne Schweinezog. Und dann kommt Bier ins Spiel. Was willst du immer mit der Schweinezog? Wie, Schweinezog? Ist doch gut. Brauche ich Nahrung. Ham, ham. Happa, happa. So. Brunnen. Und ein Ei. Warte mal. Äh, X. Was ist das hier? Bäckerei. Bier. Ja, okay. Dann so. So. Fünf Eier. So viel Holz. Warte mal. Ich brauche mal irgendwie mehr Wege, die davon abgehen. Bin ich ehrlich. Kann ich gar nicht. Ist ja kein... Boah, krass. Na gut. Festung. Und Nei. So, dann hier eine Eselzucht. Und... Braucht bestimmt Eselzucht auch. So. 30 Eier. Drei Fischehütten. Und dann kommen die Spitzhacken. Warenproduktion. Warte mal. Äh, Esel. Äh, äh, äh. Was ist das hier alles? C. Schlosserei. Eisel. Ja. Du machst mal hier bitte... Wie war'n das? Esel brauchen auch einen Bauernhof. Eih. Ja, dann. Ein Bauernhof. So. Jetzt lass ich die erst mal machen. Weil das sind 26 Holz. 51 Stein. Geil. So. Was ist hier los? Hier ist Gold. Das ist ein Wikinger, oder? Mach ich weg. Also ich hab'n viel besseres Gefühl. Viel besseres Gefühl. So. Genau. Ich will jetzt einstellen, dass der Schlosser... ...Werkzeug. So. Hab' ich denn schon ein paar mehr? Nee. Null. Okay. Baustelle kannst du abreißen. Die Gegner sind schneller. Hä, wie? Wenn hier jetzt einer reingeht, meinst du? Aber das... Ah, das sind doch Afrikaner. Ah, das drückt mich weg, oder was? Boah, hier haben wir aber Glück gehabt. Okay. Dann kommt jetzt hier ein Ei hin. Keine Fahnen? Crazy. So. Ganz viel Gold. Schön. Die Spitzhacken haben wir. Null. Null. Mach' ne Spitzhackel, du Affe. Bitte. Er stellt ne Axt her, oder? Wenn ihr ne Axt symbolstellt, dann ne Axt her, oder? Ob er dumm ist? Nein? Okay. Okay, ich werd' jetzt hier mal... Ihr habt vorhin gesagt, hier irgendwie katapult an der Grenze. Nee, lieber ne Festung. Warte mal, ich könnte mal folgendes. Nee, schade. Ich dachte, jetzt hätt' ich hier vielleicht genug Slots. So. Weg. Danke. So. Stell' bitte Spitzhacken her. Arminer Koko. Ich warne dich. Äh. Bitte. Ist das ne Sp... Ah. Ich glaube, er hat ein Hammer hergestellt. Steber, Werkzeugmenü. Alles aus. Nur das, was du brauchst. Okay. Ja. Echt? Ist der so dumm? Ist der so dumm? Wofür brauchen wir denn schaufeln? Voila. So. Du machst jetzt... Jetzt hat der ne Angel gemacht! Ne Angel! Die war eben... Die war halt übel low. Why? Hä? Wie dumm ist die KI 1997 gewesen? Sehr eine Frechheit. Sollts jetzt Eier machen? Ey, ich wein. Spitzhacken. So. Gold. 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 Das macht mich sauer, Leute. Du kannst ja auch Dynamo-Polkst... Ja, ich war jetzt hier. Zack. Aber es sieht halt scheiße aus. Aber... Drückt die Festung ihn weg? Weil die halt krasser ist? Ne, ne? So. Ich habe wieder... Sehr viel Holz und keine Baustellen. Wir eskalieren jetzt völlig mit Steinbrüchen. Das muss hier weg. Lager. Zack. Machen wir jetzt einfach mal hier hin. Komm. Oder? Schadet ja nicht, oder? Was meint ihr? Schadet das? Ne, oder? Schadet das? Baut die Festung. Marschallah. Oh, noch keine Spitzhacke. Na, ist er... Jetzt liegt da eine Angel rum. Jetzt macht er nichts. Angeln die? Passieren die Sachen? Nicht besetzt. Warum nicht? Hä? Ich habe... Ich habe keine Angel. Hä? Ich hatte doch vorhin drei Angeln. Wo sind die denn hin? Du hast Angeln ausgelagert. Hm? Weil ich da vorhin mal draufgeklickt habe, oder was? Scheiße, Bruder. Okay. Gute Mechanik. So. Im Bau. Was fehlt denn hier? Achso, er baut. Okay, er braucht einfach nur zehn Jahre. Na gut. Oh, hier ist aber auch... Äh. Schlosserei. Münzprägerei. Oh, hier kann ich. Oh, hier kann ich. Das wird alles weggehackt. Und dann kommen hier richtig viel Eisenschmelzen und so hin. Achso, Bier. Haus nicht besetzt. Haus nicht besetzt. Bauernhof. Habe ich... Habe ich keine Sense? Tatsache. Eselzucht. Okay, ich brauche eine Sense. Ein Ei. Ne, der macht jetzt aber erstmal Spitzhacken. Er ist am Machen. Er macht da was? Er macht da was? Okay. Okay. Oh, der baut hier links weiter, ne? Nicht, dass der mich hier wegdrückt. So. Oh. Oh, was wird... Soll ich den mal angreifen? Ich will... Aktuell will ich einfach nur Posi halten. Analyse. Wir haben 5 Kohle. Kein Eisen. Eisen, Erz. 4 Gold. 3 Ivo. Ah, hier. 10 Eisen. Okay, ja. Ich brauche mehr Eisenschmelzen. Aber dafür müssen die Drecksteine hier weg. Kohlebergwerk 2%. Warum? Weil die Brot brauchen. Habe ich nur keins. Bäckerei. Wie viele Bäckereine habe ich? Ich glaube nur eine, ne? Die hier. Ne, doch. Ich glaube, ich habe nur eine. Sollte ich vielleicht noch eine bauen? Nahrung. Ist das noch nicht so, dass... Äh... Das... Fleisch für Eisen ist und Brot für Kohle? Ist das noch nicht so? Erstmal Siedler 3. Oh, okay. Lol. So. Hack das alles weg. Bitte. Dagao ist fertig. Ich mach mal eine Baracke runter. Was ist das denn? Was ist das für ein Haus? Bringt da Wasser rein? Dann. Ah, ich brauch noch Alkohol, ne? Brauerei. Äh, doch ein mittleres. Äh, ja dann, äh, Abfahrt. Okay. Leute, wir müssen jetzt aber ein bisschen in Wallung kommen. Langsam. Wir machen hier mal ein Schmied hin. Nee. Ach, das, das, das Projekt hier ist scheiße. Ich könnte hier unten jetzt eine bauen. Scheiß drauf. Wobei, ich glaube, das Problem war eher, dass die hier keine Nahrung bekommen haben und die Produktivität bei zwei Prozent war. Jetzt kriegen die Nahrung. Ich glaube, jetzt müsste der Lachs auch löppen. Hat der jetzt eigentlich hier genug hergestellt? Ja, eine. Okay. Ich brauche mehr Werkzeuge, sagt der Shad. Nudelholz. Also ich brauche eine Sense. Nudelholz. Nudelholz für Bäckerei, Sense für Bauernhofer. So. Was ist das hier? Zange. Zange für... Wunderbar, ich riecht viel. Kasern gibt es hier nicht, glaube ich. So. Hämmer auch für mehr Schmiede dann. Ah, nee. Zange ist wahrscheinlich für Eisenschmelze? Oder würde ich nur für den Schlosser? Zange für Schlosser. Aha. Okay. Schmelztiegel? Bogen. Hämmer auch für die Schmiede. Okay. Juti. Okay. Brauerei wird gebaut. Sehr viel Holz, sehr viel Stein. Haus nicht besetzt. Das war falsch. 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 Okay. Das war falsch. Das war falsch. Das war falsch. Ja. Das war falsch. genau Katapult brauche nur eine 2. Ach so Ja dann ich dachte So Ich gehe da jetzt nochmal erkunden Also langsam Okay Jut Ha Jut 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 Nur eine. Na komm. Oh, ein Steinbruch. Schadet nicht. Ja. Okay. Was hier für Gebirge ist, ey. Crazy. Ja, ich brauchte jetzt aber genau die Schmiede. Wofür brauche ich die Brauerei genau? Ja, aber also für Soldaten, ja. Bier, Schwert und Schild ist Soldat. Achso. Der hat hier null Produktivität. Gut, dann haue ich die wieder weg. Ich sehe auch keine Tiere, fairerweise. Wo sind denn hier Tiere? Gibt's gar keine, irgendwie. Wo baut man am besten Jagdhäuser auf? Ja, ich brauche auf jeden Fall eine Sense für den Bauernhof. Also irgendwie der Schlösser, der ist wirklich so ein lahmarsch. Hammer. Jetzt habe ich eine Angel. Super. Neue ich hier noch. Neue ich hier noch. Neue Fischer hinterhin. YOLO. Die beiden Schweinezucht machen nix. Ja, das... Also hier brauche ich Nudelholz und mir fehlt's halt generell an Stroh. Aber wobei, das irritiert mich. Hier ist ein Brunnen, hier sind laufende Bauernhöfe. Da muss vielleicht wieder irgendein Transport... Ne. Verteilung Stroh. Ja, irgendwie kriegt die Mühle mehr. Die Sonne ist ausgeglichen bekommen. Hier sind Zufts-Endgame. Ja, ja, ja. Bin ich ja. So, wir haben jetzt gut Münzen. Egal nicht. Die werden hier runtergebracht zu... Ich mach lieber in der Burg. In der Burg sollen die Leute erstmal krass werden. Aber hier sind schon einige dabei. Nice. Also mir gefällt's gut. Mir gefällt's gut. Macht Laune. Hier sind drei generelle. Sag mal, soll ich hier nicht mal den Turm angreifen? Das würde ihn halt brutal ficken, ne? Oder der. Weil, wenn ich hier generelle hab, bin dann der Linke, wa? Ich glaube, der tut mehr wie der Linke. Oder die... Ja. Lass erstmal das Katapult arbeiten. Okay. Haus nicht besetzt. Brauche ich dafür einen Soldaten? Brauche ich für den Katapult einen Soldaten? Nee, okay. Ah, da rennt einer jetzt rein, glaube ich. Okay, was passiert jetzt? Der braucht Steine, okay. Die liefern dem jetzt Steine. Okay. Mach der Schlosser Sachen. Mir fehlt irgendwie eine Anzeige, was er gerade herstellen will. Das fehlt mir irgendwie. Also, ich brauche vor allem gerade eine Sense. Ich brauche Nudelholz. So, jetzt. Komm hier. Ah, okay. Dann kommen die Steine. Erster Stein. Oh. Kein Sound. Jetzt arbeitet die Schweinezucht mal. Ja, Nudelholz. Also, warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das wirklich gerade nicht. Ich meine, ich habe hier eingestellt, dass der Spitzhacken, Hämmer... Ja, Hämmer mache ich jetzt mal weg, aber... Nudelholz, Sense... Also, das war jetzt wirklich schon vor einer Viertelstunde und er arbeitet auch, aber hier passiert nichts. Jetzt hat er ein... Ist das Beil neu? Ich verstehe es nicht. Dem fehlt Eisen. Ja, aber er arbeitet doch. Ich... Ich... Ich sehe doch... Ich höre es doch auch immer. So, jetzt können wir hier oben Sachen machen. Meine Fresse. Ich will... Ich weiß... Ich weiß... so Alter, okay okay, er hat den Turm weggeballert und dadurch hat er jetzt das Gebiet verloren, Ehre so wenn das abgebrannt ist, gucke ich mal, ob ich hier noch mehr bauen kann okay, ah okay, empfiehlt halt wirklich einfach brutal viel Eisen, okay dann machen wir das so Verteilung, Eisen Schmiede muss jetzt mal ein bisschen warten so, das ist jetzt erstmal wichtiger wenn die die haben, dann stelle ich das wieder um kann noch ein Steinbruch weg oh ja die können auch weg beziehungsweise hier neu drangebaut werden wait, hier brauche ich aber nur eine Wachsch... äh Baracke, genau okay ach wait, der liefert die ja hier hin, ne vier Spitzhaken fünf Hammer oh, ich... wait, ich hab hier drin jetzt ah, da fehlt mir Bier Bauerei, null ja, dem fehlt Getreide ei, 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 ei alter muah okay also ich baue jetzt noch zwei Eisenschmelzen dann baue ich jetzt hier noch zwei Schmiede, I guess oder? ne, unten Lager wollte ich hier jetzt noch machen oder? ich baue schon hier, insgesamt habe ich dann drei Eisenschmelzen ja, Minen baue ich dann auch, klar okay, also baue ich jetzt noch einen dritten Schmied oder eine vierte Eisenschmelze ja, für Bauernhof fehlt mir halt wieder ja, Bauernhof, ja, ein Bauernhof und dann mache ich hier noch einen Bauernhof, wenn aber dann müssen jetzt wirklich mal die Sensen hier kommen Maschallah ja 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 So, ich könnte jetzt hier mal angreifen, oder? Ich weiß ja nicht, was er hat. Ich würde jetzt auch nicht alles reinscheißen. Die Straße hier könnte weg, oder? Ich glaube, die Straße könnte weg. Ja, mache ich. So. Please, ich brauche eine Sense, bitte. Er hat was hergestellt. Er hat was hergestellt. Die Frage ist, was? Ich glaube, noch eine Spitzhacke. Also, ja, Spitzhacke stelle ich jetzt mal aus. Falls die noch an sind. Nein. Warum braucht er denn für ein Werkzeug... Sechs... Eisen. Alter. Holy shit. Er braucht nur ein Eisen. Hä? Aber hier steht doch... Hier ist doch aufgereiht, oder? Ach nee, so viel hat er da liegen, ja? Okay. Okay, verstanden. Das ist doch gar nicht falsch. Aber! Ach. Er ist doch gar nicht falsch. Er ist doch gar nicht falsch. Er ist doch gar nicht zuhaft. Doch dann machen es stab. Er ist doch gar nicht falsch. Er ist doch gar nicht angefertig, oder? Er ist Og 매ur nicht gespft, oder? Und vermust mir was muss es doch gar nicht differnet助. Er ist einer Sch DIE grabs an ziemlich بال, Geil, Sense, Ehre. Ja, also, das ist halt Absiedler 3 deutlich gezielter, dass man mit den Werkzeugschmieden halt viel besser... Also, das hier fuckt mich alles ein bisschen ab. Also, aber auch nur ein Stück weit. Also, einzelne Elemente, weil zum Beispiel das... Also, Absiedler 3 ist es so, in Werkzeugschmieden, hier Schlösser, kann man einfach gezielt sagen... Okay, bitte still, jetzt drei Äxte her, zwei Spitzhacken und so weiter. Er macht erst was auf Klick. Und das ist viel gezielter. Das finde ich wesentlich besser. Haben sie dann zu Siedler 3, 4 echt gut gelöst. Weil das ist halt... Ich mein, im Endeffekt kann man das hier genauso machen, indem man dann einfach nur immer... Eine Sache halt, aber man muss dann... Ne, ich könnte jetzt sagen, okay, hier ist es ja auch so. Ich mach einfach nur Sensen und jetzt mach ich Nudelholz weg. Aber ich muss halt im Gegensatz zu Siedler 3 und 4 hier immer wieder drauf achten und immer wieder umstellen. Das ist halt... Ja. Ja, ist mehr Micromanagement, das stimmt. So. Alter, okay. Wallah, also... In der... Also in der Festung... Einige Leute. Ja, ich greife jetzt hier mal an. Mit wie vielen? Fünf. Drei. Okay. Alter. Samurai. Okay, Angriff. Jetzt geht's los. Oh, da kommen die Afrikaner. Acker Match. Oh, gibt's auch ein Duell? Ja, aber die... Die sind Low-Bobs, oder? Die sehen low aus. Der hat ein Schild, der sieht nicht low aus. Der greift... Hä, was? Meiner hat verloren? Okay. Haben die irgendwie mehr Kampfkraft im eigenen Land? Oh mein Gott! Können die hier bitte jetzt rausgehen? Könnt... Könnt ihr nicht... Achso, ich brauche einen Weg, ne? Moven die jetzt nicht? Oh, hier kommt ein Soldat. Oh, loh, ich hab einen neuen Soldaten bekommen. Okay, anscheinend... Moven die nicht... Wenn ich das umstelle. Krass. Das heißt, sie sind dafür immer set, ja? Also, ne, wenn ich jetzt sage... Weil die sind ja, denke ich mal, in der Mitte. Die verteilen sich nicht neu, wenn ich hier umstelle. Boah. Achso, weil ihr schon ein Dritter hingeht, ne? Deswegen. Okay. Ja, okay. Jut. Ja, das lief doch vielversprechend. Guck, wenn ich den wegmache, dann verliert er auch richtig viele Gebäude. Dann mach ich hier nochmal ne Attacke. So, aber jetzt müssen die nachrücken, oder? Wenn ich das jetzt umstelle, weil die sind ja raus. Äh. Jetzt müssen die doch nachrücken. Oh, der ist besser. Der hat so ne Maske. Achso, wenn das kreuz in der Flagge, ist die Grenze nah. Okay. Dann gelten die als Grenze nah. Jut. Verstanden. So, wie läuft's denn hier eigentlich? Nicht besetzt. Was brauchen wir, ne Eisenschmelze? Was für ein Dude muss da rein? Brauen die nen Hammer? Geil, ich hab genug Sensen. Das läuft hier. So, jetzt muss ich's wieder umstellen. So. Ähm. Ja, Hammer. So, und jetzt generell vielleicht. Übrigens, der hat hier gerade richtig verloren. Mashallah, die hübsche. Schön. Tiegel. Okay. Okay, so. Und jetzt. Äh. Ja. So. Retter. Okay. Ehre ins Glas. Ich hab mal kurz was zu trinken. Es läuft ja, es läuft. Es läuft. Es läuft. dus. 역حOS up a lot. Very bad. So. Yeah. Oh. 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 Oh yeah. I'll just freeze. so so ja der ist doch geliefert oder sehe ich irgendwie wie viele leute da drin sind ne ok ja dann ist der hier jetzt dran er soll nicht mir das wegdrücken das wäre fatal Angriff geht nicht so hier wird gekloppt der soll hier ruhig noch mal zumindest kurz sehr geil ne macht er gut was rennen die alter was ist mit denen warum rennen die alle so what the fuck da war ein Lager krass und jetzt jetzt sind die alle ok so das brauche ich eigentlich nicht mehr ich reiße die Hütte wieder ab ist das hier auch ein Lager der ist ja wirklich komplett im Ass ne ich fand es immer richtig satisfying bei Siedler 3 und 4 ähm wenn man von dem Gegner Rohstoffe abgezeckt hat das hat richtig bock gemacht das ist hier leider nicht mehr ne du machst Zang und keine Tiegel oh echt oh scheiße oh war der Tiegel war das ja eieieiei danke huch ist natürlich bitter Zang brauche ich für Schlosser geil wir können generell ne das hier ah ok hier geht es langsam ok naja gut so das jetzt nicht mehr an der Grenze und jetzt sind die da raus sehr geil ja dann machen wir jetzt hier weiter Angriff ich hab sechs Boote die Brauerei hat acht Prozent soll ich hier noch einen Brunnen machen ich glaube der eine Brunnen beliefert nur ja komm ich glaube der beliefert da oben eher äh die Eselzucht so verdrängt ich muss jetzt auch mal gucken wegen Steinmetze gut ich hab ja theoretisch unendlich Siedler ne also ich brauche halt einfach nur fahren oder habe ich irgendwann einen Cap die Map ist ach ok ja geil dann baller ich hier fahren bis zum gehen nicht mehr leere warte jetzt kommen ja nochmal richtige Leute raus ich glaube wenn der Baum weg wäre könnte ich hier tatsächlich nur eine Straße bauen I don't know mein Gott Schlosser please oh das ist echt ein bisschen nervig das ist nicht also irgendwie gibt's nur ganz oder gar nicht ich hab nicht das Gefühl dass sie das ordentlich verteilen boah ey so wie viel Esel habe ich null wait a minute ich hab übel viel Schweinezucht aber keine Fleischerei kann das sein wo wo habe ich die Übersicht Gebäude Bäckerei Brauerei Schweinezucht Fleischerei null alter ja gut dann so haben wir noch einen Slot irgendwie hier das wäre echt weit weg von der Schweinezucht warte ich könnte hier Wege weg machen nee ich glaube es reicht nicht kannst du hier jetzt noch vielleicht ja wo baue ich jetzt hier noch äh geht nur hier I guess ja komm so so okay dann brauche ich nur einen Beil warum warum machen die hier nichts ist also sind das zu viel auf einem Fleck I guess ähm dann Baracke nicht besetzt ach die brauche ich auch eigentlich nicht oder die paar na komm jetzt habe ich es gebaut gut dann wo tue ich noch einen Fisch hin wenn die Baracke besetzt ist kann ich hier oben vielleicht noch einen machen schau auf die Eule du meinst die Dings Militärgebäude besetzt oh wait wo denn wie komme ich da hin ach so okay war kein Gegner dieses Bergwerk ist verbraucht das geht kann ich einfach auf derselben Stelle die nochmal ähm platzieren nein okay äh okay also die die null machen die weiter ich jetzt weg die machen auch null gut dann schicke ich hier nochmal so ein Klaus hin und hier und hier und hier dann baue ich hier nochmal eine Baracke der hier wait der kam weg okay so ah die Eisenschmelzen arbeiten mashallah und jetzt sind die Minen aus also es ist ein Krampf ähm ich soll jetzt ein Beil herstellen weil ich habe nur ein Beil gehabt und brauche zwei so brauchen wir hier doch eine so habe ich eine Übersicht wie viele Soldaten ich generell habe ja jetzt äh nee was braucht der denn der hat genug Wasser der Bauer aber vor allem ich könnte hier noch einen Bauernhof machen ich meine why not ähm dann kann dir hier noch mehr aushelfen habe ich denn noch eine Sense nee dann sollt ihr bitte auch noch eine machen Statistiken Inventur kann ich die vielleicht durchgehend einfach auch haben ist eigentlich ganz nice warum bin ich da voll nicht drauf gekommen okay Eisen gefunden gut ist alles Gold aber die sind halt echt krass ne die habe ich seit Anfang an die Böller Eisen schade ich finde es geil zumindest hätte man ein gegnerisches Lager erobert oder zerstört dass man da die Ressourcen dann abschleppen kann das wäre ultra okay so brenn hier mal aus Bruder hier kann ich Kohle Eisen Eisen kann ich da keine Fahne mehr okay krass so hier bitte gut ähm Militärgebäude besetzt nice bitte hier auch einer die müssen ja erstmal fertig werden dann kann ich die erst dahin schicken na gut okay so ich wollte gucken in den Statistiken irgendwie wie viel Militär ne Inventur achso 15 okay ich habe recht viele dann greife ich hier weiter an I guess ähm wo ist denn hier ein Turm das Ding angreifen mit allem was okay kann nur mit 4 angreifen warum kann ich nur mit 4 angreifen ich muss wahrscheinlich die Verteidigung runter machen ne achso okay dann äh bauen wir hier ne Festung ach geh nicht wait hier auch nicht hier 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 müsste gehen nein hier ja das müsste reichen von der Entfernung okay so Bauernhof wird gebaut haben keine Sense das regt mich doch schon wieder auf was sollte er er soll doch okay aber die Fleischereien die laufen okay das heißt er hat in der ganzen Zeit nur ein Beil hergestellt das ist doch ein Witz alter ich mein ich hab doch jetzt hier wirklich alles richtig eingestellt dass der optimal arbeiten kann oder nicht ich äh 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 ah warte meine Kohleminen die waren alle alle darin könnte es liegen so dann werden die jetzt gespammt Sensen ach die sind wahrscheinlich hier ne ja hier sind fünf Sensen Maschallah okay ich hab nix gesagt ich gucke immer nur im Hauptgebäude okay dann nehme ich Flame zurück so ja dann äh machen wir es jetzt einfach so so und äh machen wir Spieltag so und dann einfach weil ich es kann äh mache ich hier jetzt noch nen scheiß äh Bauernhof hin wie sieht's denn aus genau nice sehr gut das hat gut funktioniert Steinbruch äh und ne Fischerhütte so okay hier könnt ihr auch noch wunderbar Bauernhof hin machen wir wie viel Steine und so habe ich denn alter ich hab so viel alter ich hatte ja irgendwie fünf Sensen ne hier noch ist es immer ein fader nee okay okay nee wow wow ähm ich glaube hier muss ich ein bisschen in sauren Apfel beißen vorbei ich habe hier so viel Fläche ich baue den einfach woanders hin guck mal äh hier ehre oh alter hier unten mache ich ein Lager glaube ich weil hier wird jetzt auch viel ja ich werde ja weiter rein expandieren in den Jungen oh so echt wenn ich hier einen Bauer reinmache bearbeitet der die Felder noch na gut okay so hier sind schon richtig viel Esel das ist richtig nice okay hier brauche ich offensichtlich eine Spitzhacke hier sollte er aber eigentlich ja zwei Stück äh ja okay so Bier vielleicht nochmal ich habe nur eine Brauerei die richtig scheiße arbeitet das muss ich ändern müssen die ganzen Schilder und Schwerter und Biere in einem Lagerhaus sein nein oder hä wow okay das heißt mein Bier wird die ganze Zeit hier rein transportiert oder was aber meine ganzen Waffen hier ist das richtig das heißt hier lagere ich mal meine Waffen aus ja okay wow gut dass ich frage so ist das richtig nee wait das sind welche Soldaten da drin sind äh Bier raus Schilderschwerter raus so okay wow okay dann mache ich jetzt hier nur eine Brauerei das war eine Bäckerei Brauerei und Brunnen äh und hier mache ich auch eine Brauerei und ein Brunnen so so okay was ich noch machen könnte ist ei 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 na aber er bearbeitet jetzt trotzdem noch das Feld oder okay geil So. So, wenn das Lager fertig ist, muss ich da auch direkt sagen... Achso, wenn ich hier auslager, bringen die das aber hier rüber, ne? So. Okay. Ja, also die Bauerei... Oh, jetzt läuft sie gerade ein bisschen besser. So. Hier ist jetzt die Festung fertig. Da kommen auch ein paar Soldaten. Nice. Ähm. So. Hier können die Münzen aus. Hier auch. Scheiße. Hier habe ich. Sehr gut. Oh. Okay. Gold im Baracken wieder umstellen. Ja, habe ich gerade gemacht. Einlagerung musst du auch stoppen. Achso. Okay, gut, dass du es sagst. Auslagern. Einlagerung stoppen. So. Ne, hä? Oh, lol. Okay. Danke. Heftiges Spiel für 1997. What the fuck? Alter. Hier vielleicht auch mal so ein Späthor. So. Jetzt habe ich es drauf, Leute. Okay. Easy. Wobei, vielleicht sollte ich auch alles einfach nach unten bringen lassen. Ist halt nah am Gegner. Wait a minute. War das nicht richtig? Bierbrauer. Oh, lol. Das ist gar nicht Bier, sondern die Einheit Bierbrauer. Oh, Gott. Bier. Meine Fresse. Ist aber auch. Ist, äh. So. Aber ich überlege, dass hier einfach alles hier nach... Also vom Haupthaus, Waffen und Bier einfach... Sich das doch nach unten transferieren. Weil das ist halt näher am Gegner dann. Aber wenn von oben... Ja, gut. Ja, ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das ist das Lagerhaus hier. Wobei... Ist halt nicht safe. Also er kann hier auch jederzeit theoretisch reinrennen. Mich überraschen. Und dann ist ja alles weg. Vielleicht ist dann doch besser, dass ich es im Hauptquartier habe. Okay. So. Kann ich hier irgendwie nochmal... Guck mal. Das kann man nochmal verbessern. So. Die performen alle richtig scheiße. Wahrscheinlich habe ich einfach zu wenig Nahrung. Kann das sein? Tja. 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 Hier ein Fischer. Ja, da habe ich halt immer noch die Frage, ne? Wo baue ich denn am besten... Ah, hier kann ich noch Fischer machen. Wo baue ich am besten die Jagdhütten, ne? So. Okay, ich brauche jetzt eine Übersicht, wo ich erfahre, habe ich denn... Aha, okay. Also ich habe elf Getreide. Nein! Ne, da. Neun Getreide. Hä, was ist das? Bauer. Aha. Neun Getreide. Zwei Mehl. Ein Ei, eine Ibuprofen. Naja, meine Mühlen sind nicht auf 100%. Das bedeutet ja, sie sind nicht voll ausgelastet. Bedeutet, ich brauche mehr Bauernhöfe, die ich hier unten gerade gesetzt habe. Die müssen halt jetzt mal in Wallung kommen. Oder? Und bei den... Schweine zuchten dasselbe. Ich brauche einfach... Also, ne? Jagdhütten direkt beim Förster. Im Nordenfeind. Alter, hä? Was hast du für Adleraugen? Maschallah, die hübsche. Hier oben machen wir dicht. Und finishen unten erstmal. Scheiße, es geht nicht. Ach, die kann ich abreißen. Und dann... Setze ich hier in der Burg hin. So. Hi, Michi. Ne, ich habe zwei Fleischer. Alle, dude. Ich habe hier einen. Und ich habe hier einen. Die sind auch nicht ausgelastet. Der hier kann weg. Zack. Die kann weg. Zack. Dann kann der Bauer hier wieder schön Sachen machen. Ehre. Juh, der ist bei null Prozent. Why? Ja, ich sehe halt nirgendwo Tiere. Sonst würde ich hier ein paar Jagdhütten bauen. Aber irgendwie... Fisch ist alle. What? Aber kommt der wieder? Die können alle... Taube lesen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Spähturm besetzt. Ah, Ehre. Kann ich meinen nächsten Angriff planen. Auch wenn ich kein... Alter, was ist das für ein Baba? Eine Baba-Hütte, ey. Lager ist fertig. Militärgebäude besetzt. Keine weiteren Steinbestände. Habe ich schon abgefackelt. Die mache ich hier oben. Lasse ich auf. Wasser gefunden. Kohle gefunden. Ja. Gut. Dieses Bergwerk ist... Ah, ich habe die Taube eben gehört. Das verbraucht. Okay. Weg damit. So, ich brauche jetzt ein Ei. Drei Ibuprofen. Fünf Bier. Und dann kommt Wodka ins Spiel. Drei Soldaten, neun. So, wir machen jetzt hier eine Großoffensive. Ist das ein Wachturm? Ich glaube, wenn ich den habe, ist hier alles weg. Deswegen. Große Offensive. Ich würde jetzt voll reinbrettern. Wie in so eine... Ne? Wie so ein Achtarmiger würde ich jetzt reinorgeln. Und dann ist alles wieder normal. Faktor wieder drin. So. Zugriff. Können wir kurz was zu trinken? Da können wir gar nicht großartig was entgegen. Während dem Angriff AFK gehen. What the fuck? Ja, geht wahrscheinlich auch nur in Siedler. Also Siedler 2. So. Weggebumst. Zugriff. Alter. Da kommt der schwarze Mann raus. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Hammer. Zack. So. Hier hat er sein Gold. Zugriff. Alles rein. Ich nehme alles. Oh, die Map loopt hier auch? Lol. Hä, das heißt? Okay. Ja, ich würde sagen, jetzt machen wir hier komplett engaged. Aus allen Richtungen. Der war mal. Oder greift hier mich an? Aber ist ja egal. Ist er dann tot, wenn das Hauptgebäude weg ist? Weg, weg verbraucht. Weg damit. Geil, er hat ihn. Ehre. So. Die Frage ist, wie viele Leute sind hier drin? Zack. Weg mit euch. Alter. Das ist so der Moment, wo damals, glaube ich, sich die 133 Megahertz Rechner aufgehangen haben. Das fand ich auch an Siedler 3 so satisfying, wie die so, so aufge-, weggeplatzt sind. Hier werden die so Skelettgeister, ne? Bei, äh, Siedler 4 waren das ja dann so Engelchen. Das fand ich nicht mehr so geil. Bei Siedler 3 hatte ich wirklich... Das war so satisfying, wenn die weggeplatzt sind. Ey, jo, drücken wir weiter vor. So. Ist der jetzt Ripp oder nicht? Ich glaube noch nicht, ne? Ich habe eine Nachricht rein. Wasser gefunden. Geil. Zugriff. Okay. Was ist hier los? Kohle, 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 Kohle. Eisen. Eisen läuft nicht. Sind die... Okay, denen fehlt aber Nahrung. Mühlen. Ah. Aber ich... Also... Okay, ich habe nicht so viel Getreide. Crazy. Ja, dann... Mach ich jetzt noch 38 Bäckerer... Äh, Bauernhöfe. Mir reicht's jetzt. So. Kohle. Kohle. Ich darf auch nicht zu viel Kohle, weil dann werden nur die beliefert. Hier war, glaube ich, nur Eisen. Ich glaube, ich mache jetzt einfach noch ganz viele... Äh, Dings hin. Bauernhöfe. Okay. Okay. Ich glaube, ich mache jetzt einfach noch ganz viele... Hier. Ah, kam eine Nachricht. Ich brauche einfach von allem ganz viel, so. Ich siedle eine Natsche. Sehr gut. Ah, ist nur einer drin. Ja, ich schätze so... Wenn die Grenze von ihm näher kommt, dann gehen hier mehr rein, ne? Weil dann wird es hier einen Strich geben und dann später ein Kreuz. So, habe ich denn noch eine Angel? Nee. Machen wir auch mal. Ein bisschen. So. So. Und vielleicht auch schon mal in weiser Vorausschicht... Äh, Schicht, Alter. Genau. Mühlen. Nicht mehr. Ach, Mühlen brauchten... Äh... Hier, ne? Gut. Ich glaube, ich muss hier mal verbinden. So, und hier. Ja, ansonsten würde ich, glaube ich, dann hier oben Mühlen und Bäckereien noch bauen, I guess. Brunnen. Machen wir zwei. Schadet halt über... Also, Typ, der im Brunnen arbeitet, der braucht ja auch nichts, ne? Oh, shit, wait. Da ist ein Bäcker. Äh, Bauernhof. Machen wir hier noch einen hin. Oder braucht der was? Glaube nicht, ne? So. Ja, genau. Die weiße Pfanne zeigt Distanz zur geternischen Grenze. Genau. Wenn da ein Strich drin ist, dann ist es schon näher. So wie hier. Und wenn ein Kreuz ist, dann ist es ganz nah. So. Äh, ich glaube, ich greife jetzt weiter an. Zugriff. Wie viele Soldaten habe ich? 24, 30, 40, 46. Gut. Sehr gut. Na, die Wachtürme hier zu erobern ist schon nützlich, weil... Dann kommen mir gut Truppen nach. Ich muss hier nur mal die Wege verbinden. Voila. Straßenbau ist schon auch echt geil. Fällt mir gut. Macht Bock. Es hört halt nach Siedler 2 halt komplett auf. Das ist echt crazy. Hier ist es irgendwie so voll das wichtige Element, Straßen zu bauen. Ich kann voll verstehen, dass es komplett unzufriedenstellend war, als Siedler 3 rauskam und man keine Straßen bauen konnte. Aber ich habe es halt nie vermisst, weil ich, wie gesagt, Siedler 1 und 2 ja nie gespielt habe. So. Ah, hier findet ihr wieder nur Gold, ey. Hier ist nicht besetzt, okay. Äh, wie ist es... Wie ist denn die Lage mit Bier und so? Okay. Okay. Schlosserei läuft gar nicht mehr. Okay. Ich habe weiterhin so... Ah, das Ding ist, die Eisenbergwerke... Irgendwie werden die auch nicht... Eisen gefunden. Die werden nicht beliefert. Nahrung. Kann man nix sagen. Hier wird auch gar nichts mehr gemacht. Gut. Dann weg mit euch. Vielleicht muss ich bei Eisenbergwerken ein bisschen das erhöhen, weil sie genau... Weil sie irgendwie weiter weg sind zur Nahrung. Äh, was brauche ich nochmal für eine Mühle? Gar nichts, oder? Ja. Eisenbergwerke sind safe leer. Ja, weiß ich nicht. Dann hätte ich noch eine Nachricht bekommen, oder? Ich habe ja dann einigermaßen darauf geachtet, als die noch liefen. Schade, dass man das hier nicht noch irgendwie angezeigt bekommt. Sind nicht leer. Ja, glaube ich auch nicht. Ja, stimmt. Ich könnte die Nachrichten löschen, einfach. Okay. Okay, Wasser gefunden. Juckt mich nicht. Militärgebäude besetzt. Ehre. Geil. Hier ist jetzt connected. Das ist gut. Sehr gut. Okay. Ähm. Also ich muss jetzt hier erstmal gucken, dass ich hier vielleicht neue baue. So, Eisenbergwerke. Hm. Hier ist Kohle. Okay. Hier könnte ich nochmal gucken. Aber. Ja. Krass, hier haben wir immer mehr Esel. Tja, ich brauche Sensen. Hier arbeiten die Fischerhütten. Das ist gut. Hier auch. Das ist gut. Das ist gut. Bergwerke weiter auseinander. Und dafür. Okay. Okay, ich arbeite die jetzt durch. Ähm. Okay, das ist mir egal. Kohle gefunden. Egal. Egal. Gold gefunden. Egal. Eisen gefunden. Gut, da kann ich nicht bauen. Okay. Feindliche Gebäude eingenommen. Gold gefunden. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Das habe ich abgerissen. Keine Briefe. Ja, ich glaube einfach. Ja. Ich würde das jetzt nochmal umstellen, dass der Schlosser wieder mehr bekommt, weil hier ist halt wieder übertrieben Warenstau. So. Und ich probiere mal Nahrung, Allgemein, Kohle ein bisschen weniger und Gold auch. So. Andere brauche ich nicht. So. Ja, wobei, einfach sicherheitshalber, I don't know. So. Ansonsten. Wie viel Bier habe ich? Habe ich denn? Alter, ich habe ja ultra viel Bier. Holy shit. Ja, Inventur habe ich hier. Also. Bäcker. Ach ne, das sind die Bäcker. Okay. Bier, Fisch habe ich. Schinken habe ich nicht. Ja. Nur ein Schinken. Vier Brote. Das ist halt auch scheiße. Jetzt fangen wir ja die langsam an zu ernten. Ich glaube, jetzt geht es halt los, dass es langsam hier nach oben durchverschifft wird. Und wenn die Brauerei auf 100 ist, weißt du was? Ich mache hier mal Stop. Ich glaube, die saugt ganz schön viel Getreide auf. Und ich habe 76 Bier. Also. Es reicht doch eine. Wait. Hier, die Brauerei. Die ist das Problem. Ich mache mal beide Stop. Ich habe auch ultra viel Gold. Aber kann. Ich brauche noch Münzprägerei. Braucht die eine Zange? Was brauche ich noch Münzprägerei? 76 Bier. Da habe ich ja nicht mehr so viel hier. Ja, Bier und Waffe müssen in die Einlage. Das weiß ich. Das haben wir schon eingestellt. Eine Pfanne. Eine Schmerzpfanne. Habe ich. Ich würde da noch einen bauen. Denke ich. Ich glaube, Münzen kann man nie genug haben. Und konkurriert nicht so krass. Glaube ich. Eigentlich. Ja, ich glaube. Also hier. Ja, weiß ich nicht. Oh. Hä? Der kam gerade raus. Oh, jetzt hier kommen Schinken hin. Zack. Jetzt passiert auch was. Das leuchtet. Die mit Nahrung. Ah, jetzt ist er bei 36. So. Okay. Dann hat es echt einfach nur Nahrung gehabert. Aber ich habe noch zig Millionen. Ich glaube, die reiß ich. Das macht, oder? Nee, ist egal. Okay. Ähm. Die sind jetzt alle im Betrieb. Right? Na, fast. Okay. Ähm. Könnt ihr oben noch aus der Langeweile einen? Einen? Na, wobei. Hier könnte ich tatsächlich noch einen machen. Im Bauernhof. So. Ach, hier habe ich auch noch ganz viel. Okay. So. Hier ist jetzt ein Bergwerk verbraucht. Das hier. Okay. Schau. Gut. Dann marschieren wir jetzt weiter vor. Aber ich habe doch eigentlich vier Gegner. Wo sind die alle? Halter Zugriff. Eselzucht stoppen und Getreide sparen. Könnte ich auch. Zumindest vorüber gehen, ne? Aber Esel sind halt ultra nice. Die erhöhen halt auch eigentlich alles. Also die meinen, Esel machen ja alles effektiver. Ich glaube nicht, dass ich das stoppen sollte. Schösschen. So. Schau mal, wie viel du im Lager hast an Eseln. 76. Ach, mit Hamdula. Das wird eingestellt. Stopp. Das reicht. Wo ist die Map? Ja, true. Hier ist die Map. So. Ja, ich glaube, ich muss hier jetzt mal wieder eine Festung bauen. Das ist halt auch eine ganz andere Mechanik. Dass man einfach so viel Siedler haben kann, wie man lustig ist. Ohne irgendwelche Wohnhäuser oder irgendwas. Man braucht einfach nur Fahnen, umsonst. Das ist crazy. Keine Steinbestände. Dann weg. Aber dann eher ja auch nicht, ne? Aber dann eher ja auch nicht, ne? Ach, doch, hier hat er noch Beste. Ja, Steine, Mensch. Darf ich jetzt auch nicht. Hier oben. So. Ansonsten Granit finde ich hier auch gar nicht, ne? Okay, ich habe aber den Eindruck, hier läuft es jetzt overall ein bisschen besser. Die Schmiede ist immer noch ziemlich, weiß ich nicht, aber... Ich könnte jetzt hier nochmal gucken, was denn hier so ist. Warum heißen die ja eigentlich Gelehrte? In jedem Siedler heißen die Geologen. Oh, in Siedler 1. Warum heißen die hier Gelehrte? Das macht ja nicht so viel Sinn. Moment, hier hin. Ist hier die Grenze näher gekommen und jetzt... Nee. Moment, hier hin. Kein... Du hast eingestellt, dass Eisen zur Schlosserei geht. Ja, ist soll ja auch so. Ich brauche Sensen, Junge. Ah, jetzt haben die Sensen. Sehr gut. Wie viele Sensen haben wir denn inzwischen? Null. Okay, er ist noch dran. Äh... Mit Nudelholz hat er... Okay, dann kann das jetzt aus... Dann bräuchte ich ihn noch. Dann würde ich jetzt, glaube ich, einfach alles ein bisschen verteilt lassen. Ach so, und... Verteilung, Eisen... Hä, aber die laufen doch. Wasser gefunden. Geil. Wann ist denn der hier mal... Wo sind die anderen Gegner? Keine Steinbestände. Na dann. Weg. Okay. Komm her, ich irgendwann mal Fische wieder. Kohle gefunden. Gold gefunden. Was machen denn die anderen beiden Gegner? Wo müssen die den nicht auch? Hier ist rot. Wie viele Soldaten habe ich? Kann ich eigentlich hier oben jetzt auch langsam nur Stress machen? Bin ich ehrlich. So. Hier unten könnte ich jetzt mal ein Lager nachbauen. Wobei. Nee. Oder? Nee. Macht nicht so viel Sinn. Ähm. Gut. Mittlerweile... 40 Getreide. Geil. Okay. Das heißt, die Mühlen sollten ausgelastet sein. Sieht so aus. Yo. Schweinezucht auch. Bitte rein. Ah, ich habe nur vier Mehl-Säcke. Und wie viele Schweine? Wo sind Schweine? Fünf. Okay. Dann kann nur Schweinezucht hin. Und vielleicht noch ein Flascherei. Ähm. Hier noch eine Mühle. Und hier eine Bäckerei. Dann hier noch ein Brunnen. So. Bergwerkwerk ist verbraucht. Gold. Okay. Dann such dir hier dann nochmal. So. Okay. Steinbestände mehr. Oder er hat ja aber noch lange was gefunden. Ja, ich hatte hier auf Granit gehofft. Aber anscheinend ist das auf der Map nicht so. Ja. Es ist nicht so mit Granit hier. Man hat auch irgendwie keine Möglichkeiten, die Berge noch weiter zu erschließen. Also. Man kann halt so da wie möglich da irgendwie Wachstum oder so ran machen. Aber. Ja. Okay. Aber das Game läuft auf jeden Fall. Läuft schon mal tausendmal besser. Ja. Läuft. Gegner sind NPCs. Ja. Ja. Achso. Okay. Das heißt. ISC. Größere Militärgebäude. Ja. Können wir hier mal machen, oder? Wir haben jetzt so vier Ressourcen. Also. So. Geil, wie die immer ihre Gebäude niederbrennen, sobald die... Naja. So. Aber dadurch, dass alles immer aus dem Hauptquartier kommt. Zum Beispiel ja, wenn ich... Wenn ich jetzt hier diesen Spähturm besetzen... Besetzen lassen. Äh, lasse. Der kommt ja von ganz hier oben. Soll der alles... Also dadurch ist das Game halt so viel langsamer. Aus dem Lager auch? Aus dem Lager auch? So wie sieht's aus mit Bier hab ich halt immer noch so viel. Ja, also theoretisch kann ich jetzt hier alles nochmal bauen. Also theoretisch kann ich jetzt hier alles nochmal bauen. Hier ist eh grad sonst nix zu tun. Dann mach ich mal hier ein Lager hin. Dann machen wir hier... Zwei Eisen schmelzen. Warte mal. Hier ist Kohle. Und hier ist Eisen, ne? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ja, doch so. Okay. So. Dann. Schmied. Äh... Noch einer. Schmiede. So. Dann... Ähm... Machen wir hier... Wait, wenn hier das Lager ist... Machen wir hier ein... Sägewerk. Und hier auch. Jetzt kommt ja auch Leben in die Bude. Ähm... Holzfäller... 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 Ich glaube, so rum ist besser. Ähm... Spähtum besetzt. Hä? Das ist ein anderer? Nee, wait. Hier oben ist gelb. Holzfäller... Okay. Hier oben dürfen wir nicht vernachlässigen. Hier machen wir auch noch Stein. Ich brauche dann auch noch Äxte und Sägen und so, glaube ich, oder? Eine Axt, eine Säge. Ja. Das ist ja, das würde ich jetzt einfach gern nur in Auftrag geben müssen. Feindliches Gebäude eingenommen. Ihre... Jo, der ist jetzt, glaube ich... Nee, der hat ja immer noch was. Das ist ja geisteskrank. Okay. Ich glaube, ich bin auf V gekommen. So, ackern. Gold. Gold. Eingenommen. Geilo. So. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Okay. So, dann greifen wir jetzt... Nee, wait. Ich glaube, die müssen hier jetzt erstmal nachrücken, ne? Ist das hier nicht ein Hauptgebäude? Ist auf jeden Fall ein Römer jetzt. Du hast keine Kohle mehr, Hennu. Naja. Doch. Ich wollte einfach mehr Nahrung. Sechs Sensen. Da kann jetzt wieder... Ein paar Bau... Ein paar Bauern wieder gebaut werden. So. Machen wir... Machen wir hier. Jetzt wird aber richtig viel gebaut, Alter. Kohle. 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 Okay, da kommt eine Wachstube hin. Wieso kann ich hier keine Fahnen machen? Crazy. Okay. Kann ich das hier angreifen? Mit zwei nur. Ah, hier kommen gerade welche. Okay. So. So, hier brauche ich natürlich dann auch Nahrung. Hier haben wir einen. Können wir hier noch einen machen? I guess. Bergwerkverbrauch. Das hier, oder was? Welches denn? I guess das. Lager fertig. So, da jetzt bitte wieder die hier auslagern. Und das Bier. Okay. Ja, jetzt ist der Schlosser hier ein bisschen gefragt, ne? Der muss jetzt mal wieder ein bisschen in Wallung kommen. Also Sensen können wir da mal weg machen. Äh, aber Hammer brauchen wir zwei. Wir brauchen Äxte. Eine Säge. Ja. Lecker. Schweinezucht. Leischerei. Äh, Brunnen. Brunnen. Gut. Militärgebäude besetzt. Nice. Das auch. Alter, hier ist jetzt so viel Gebirge. Holy shit. Wieso können hier nur vier angreifen? Also, ihn würde ich gerne mal hier jetzt Game Over machen. Ja, ich brauche halt verdammt viel Werkzeuge. Oh, was ich auch brauche. Ich glaube, das ist tatsächlich sein letztes Gebäude. Ähm, ich brauche diese Fangen hier für die Eisenschmelzen. Oh, hier habe ich von ihm was. Okay, dann sind hier rot und gelb. Geil, da habe ich ihn gebumst. Okay. So, ist der jetzt hinüber? Ich glaube, er ist jetzt echt RIP. Wird einem gar nicht gesagt, ne? So. Oder bekommen wir eine Mitteilung, wenn ein Gegner wirklich RIP ist? Kundschaft da hinschicken. Ach, rennen die auch ins gegnerische Land? Uh, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Gegnerstatistik. Okay, ich bin insane und gelb und der... Okay, hier ist kein Name mehr. Damit ist er wohl RIP. So, gelb hat wohl auch gar nichts mehr. Dann finische ich mal den. Okay, scheiße. Hm. Ach, Kornspeicher ist voll. Ja, okay, ich bin ja krass am Gewinnen. Warte mal. Okay, rot hat einige Truppen. Okay. Okay. Hm. So, aber hier läuft. Guck mal, Eisenschmelzen 100. Schmieden sehr, sehr gut. Die jetzt auch alle. Also die ganzen... Man braucht einfach insane viele Bauernhöfe. Holy shit. Immer noch sieben Sensen, ey. Die werden jetzt alle verbaut. Das löst einfach all meine Probleme. So ein scheiß Bauernhof. Das ist der Wahnsinn. Hier noch einen. Mit schön viel Platz. Oh, nee. Das ist nicht gut. Oh, nee. So, Bergwerkverbrauch. Eisen. Dann schicken wir hier nochmal einen hin. So, jetzt kann ich hier auch mal die ganze Scheiße erschließen. Achso, ich wollte gucken, ob meine Spione da was bringen, ne? Können die da erkunden? Jo, die müssen doch erstmal ankommen, ne? So, Angriff. Also es läuft. Es läuft. Zwei Bauernhöfe pro produzierendem Gebäude als goldene Regeler am Anfang. Ja. Ja, das Ding ist, bei Absiedler 3 ist halt genau andersrum, ne? Du brauchst einen Bauernhof und der kann, ja, wobei, ja, da ist es ein, ich glaube, 1 zu 1 fast. So, jetzt gehen wir hier drauf. Ich habe übel viel Esel, das kann ich sagen. Ich habe 77 Esel. Natürlich werden meine ausgebauten Straßen mit Eseln besetzt. So, wenn das Bier zur Neige geht. Hä, ich kriege immer noch mehr Bier. Woher? Ich habe dort die Brauerei hingestoppt. Oh, das hat Pan gemacht, Allah. Das hat ihn schwerst gebummst. So. Der findet die Kohle. Das ist nichts, oder? Oder ist das Granit jetzt? Ja, ich muss auch... Ja, gut, ich habe... Also ich habe 300 Steine. Ist halt... Haus nicht besetzt. Gut. Ja, der Schlosser ist jetzt gefragt. Ich könnte mal einen zweiten bauen. Einfach... Just for the lulls. You know? Ich habe ja aus Versehen ein paar Zangen produziert. So. Und drin. So. Also... Ja, anscheinend... Können die nicht über die gegnerische Grenze erkunden. Weißes Granit. Ach doch, ja. Na gut. Aber ich habe halt so viele Steine. Und wenn ich jetzt Granitminen baue... Dann... Schlucken die halt meine Nahrung weg. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Jawohl. Ich glaube, Gelb ist jetzt auch hinüber. Krass. Dann hat der... Afrikaner oder welches Volk das ist. Äh... Dann hat der den Gelben richtig geschluckt, während ich ihn geschluckt habe. Und jetzt ist nur noch... Rot. Äh... Ready. Krass. Ja, ich kann noch mehr... Bauernhöfe bauen. Einfach, weil ich es kann. Oh, nee, wait. Das ist ja auch einer. Ja, dann... Nee, das scheiße. Ich habe ja genug Platz. Ich... Äh... Es ist ja Luxus hier. Nee, auch scheiße. Hier. Und hier. Der hat halt... Arschvieh Sensen gemacht. So, aber ich glaube, jetzt langsam passt es. Hier werden jetzt nach und nach die Gebäude besetzt. Jawohl. Okay, cool. So, wo rennen die hin? Ach, die rennen jetzt die... Ah, die verschieben sich jetzt alle nach oben. Zu rot. Das ist geil. So, aber jetzt besetzt doch mal den Spähturm. Hier kommen die Münzen. Ehre. Werden die Leute befördert. Was ich hier nochmal machen kann, ist... Steinbruch. So. Wer soll den mal besetzen, da? So. Werkwerk verbraucht. Kohle. Okay. Weg. Werkwerk verbraucht. Gold. Weg. Hier bin ich übrigens wieder. Eh. Okay. Mann, jetzt. Spähtürme verbrauchen Scouts. Ja, ich könnte echt mal so ein Schlosserfenster hier auf. Das ist halt... Ähm. Muss ich den Spähturm abreißen. Ach, lol. Die sind da drin. Lol. Okay. Lol. Ja, dann. Erkunder. So. Hammer haben wir jetzt genug. Die können weg. Äxte auch, oder? Sind die besetzt? Ja. Warum sind die Forsthäuser nicht besetzt? Was brauchen die denn? Was brauchen die Forsthäuser? Schaufel. Danke. Danke, 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 danke. Das haben sie bei Siedler, Absiedler 3 auch ein bisschen vereinfacht, ne? Gott sei Dank. Also, ich meine, das, der Teil ist halt wirklich sick. Aber Siedler 3 ist schon in mehreren Hinsichten, meiner Meinung nach, nochmal optimierter. Weißt du, so sollte eine Reihe verlaufen. Du hast halt Siedler 1, geile Idee, cooles Spiel. Und dann von Teil zu Teil verbesserst du den. Und stülpst nicht komplett um. Womit die ja dann angefangen haben irgendwann. Also, ich weiß noch nicht, was da gelaufen ist, ey. Why? So, hier können wir nochmal eine Burg bauen, weil ich glaube, hier oben müsste ja dann rot kommen. Da kann man den von zwei Seiten weg. So. Ehre. Bitte, jetzt macht hier doch mal... Oh, ey. Da, da kommt er. Ja, ich finde 3 und 4 sind halt recht even. Äh, aber... Ich finde Teil 4 einen Tucken besser. Oh, oh, oh. Einfach, weil vieles in kompetitiver Hinsicht verbessert wurde. Micromanagement. Du hast jetzt Steuergruppen in Teil 4 gehabt. Ähm. Du konntest deine Einheiten zurückschicken, selbst wenn gegnerische Einheiten in der Nähe sind. Bei Siedler 3 sind die immer hemmen gegangen. So. Oh, nur Ena? Hier sind noch 3 drin. Warte, hier. Warte, hier. Truff. Oh, Lobops. Alter, er geht ja richtig steil hier rein. KI ist im vierten Teil auch besser, glaube ich. Ja, ja. Kann gut sein. Ja. Generell auch der Multiplayer ist halt in vier deutlich ausgereifter. Ah, okay. Hier griffen wir an der Linie. Ey, ey, ey. Kam ein Ehren her von da oben irgendwo. Nice. Boah, lecker. So. Oh, Kohle. Auch Kohle, Alter. Oh, Kohle, Alter. Können wir nicht mehr rein? Können wir nicht noch ein zweiter rein? Guck mal, hier kommen ein paar Truppen. Gut. Okay. Ach, guck mal, hier ist jetzt alles im Betrieb. Nice. So, Werkzeuge. Ja, Schaufeln. Mach Schala, mach Schaufeln. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. Verbraucht. Ey, 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 ey. Ja, ich muss jetzt hier nachbauen irgendwie. Oh, Alter, Rewi, was geht? Vielen Dank. Ah, scheiße, Bruder. Wir, äh, schauen uns heute Siedler 2 hier an. Ja, wobei, ihr habt gesagt, ein bisschen Platz lassen. Ah, da geht aber nicht. Na gut. Wir gucken uns Siedler 2 an. Äh, das kam raus, da war die eine noch nicht geboren, wahrscheinlich. So, hier, Zugriff. Warum ist der nicht besetzt? Na, dann, komm. So, dann holen wir hier nochmal einen Erkunder raus. Okay, einige schon. Alles klar. Dann, äh, nehme ich das zurück. Alter, er klatscht, er klatscht dir alle meine Leute weg. Ja, ich muss hier, ich muss hier was Großes bauen. Hier, so ein... Wachturn. Wo ist der? Bin ich blind? Lager? Äh, äh... Äh... Ist der hier? Späto? Ach! Die Baracke ist zu nah. Äh... Hier? Nee, ne? Hier? Hier ginge. Ist aber wieder weit weg von der Grenze. Sackt. Na gut. Go. Okay. Katapult, Katapult. Ich will hier jetzt, äh... Reinsprinten. Sag mal, kann man... Wait. Äh... Lol. Hier ist jetzt ein Wasserweg? Ja, geil. Lol. Jetzt kommen die hier mit dem Boot. Äh... 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 Geil. Er ist ready. Nice. Okay, können wir jetzt bitte weiter angreifen? Wie reicht's? Was sagen die Stats? Ja, ich hab mehr Militär. Da wird jetzt reingebummst. Wie lang geht? Alter. Okay, der hat da jetzt zwei Generäle drin. Na gut. Da komm ich erst mal nicht weiter. Warum habe ich eigentlich drei Schilde und nur zwei Schwerter? Äh, keine Schwerter. Das ist ja unverhältnismäßig. Das ist random. Die heilen komplett, sobald die in der Stube zurück sind. Oh lol. Okay. Ja, gut. Dann Katapult. Crazy. Ich könnte ja auch mal ein Lager bauen, weil dann lagen die hier die Steine und das ist gut fürs Katapult. Steinbruch. So, Weg bauen. Nice. So eine Festung, Bob. Das dauert halt ewig. Ewig. Kohle gefunden. Hier ist Bergwerk, ist verbraucht. Eisen. Ja, ich muss mal ein neues Eisen suchen. Hier ist Gold. Kohle Bergwerk. Kohle. Hier muss ich auch nochmal gucken. Schon wieder. Auch verbraucht. Okay. Gut. Die braucht noch. Ja, ich brauche mehr Leute. Ich brauche mehr Leute. Könnte ich auch nochmal Kohle. So, gönnen. Ja, das ist halt jetzt nur noch eine Frage der Zeit, ne? Warum sollte ich jetzt hier... So, das könnte ich machen. Dann werden Soldaten poliziert, meinst du? So viel Bier, ey. Das ist fein. Eisen gefunden. Nice. Ja, ich denke, hier kommt jetzt noch... Hier kommen jetzt noch zwei Eisenbergwerke dazu oder drei. Was haben die Schmiede zu wenig? Kohle. Ich brauche ja noch Kohle. Lol. Okay. Okay, okay. So, hier bitte ordentlich bauen, Leute. Bitte. Ackern. Ich will, dass ihr Gas gebt. Mhm. Die Römer. Pidi. Pidi. Das sind Wikinger? Echt? Okay. Ich dachte, das wären Römer. Ich habe zehn Goldmünzen. Ich weiß nicht, warum die hier nicht hingeliefert werden. Eigentlich. Ja, why? Ich habe zehn Goldmünzen. Neun. Ich glaube, die werden hier teilweise hingebracht. Das sollte ich vielleicht stoppen. Und hier wahrscheinlich auch. Ja, okay. Das ist halt Bullshit. Von den ganzen eroberten Gebieten halt. Erstmal alles. Ja gut, die sind jetzt schon voll abgegradet. Der noch nicht. Geil. So. Ja, das ist halt Fail. Das ist auch automatisch immer an. Es ist ein bisschen nervig, ne? Macht eigentlich nicht so viel Sinn. Hier auch, ey. Okay, die Festung ist fertig. Ich sehe nur was. Den hatte ich. Ach ja, die. Oh Gott. Gut. Sind halt jetzt schon gemaxed. Na gut. So, hier bereiten wir die Offensive vor. Kohle gefunden. Aha. Ich bräuchte hier irgendwie nochmal. Bisschen Kohle. Und hier eigentlich doch auch. Okay. Ja, hier finden die gar nichts mehr. Hier brauche ich Eisen. Aber hier ist anscheinend alles weg. Crazy. Gut, dass ich da unten neu aufgebaut habe. Sonst hätte ich jetzt Probleme. So, Festung besetzt. Okay, in der Wüste kann ich gar nicht bauen, ne? War das nicht so? Bei der Erweiterung kann man die Münzzufuhr standardmäßig ausstellen. Esel habe ich genug. Also, die werden... Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, wie ich mir jetzt gesagt habe. Straßen werden bei Benutzung ausgebaut. Und dann irgendwann kommen auch Esel dazu. Ich habe halt ultra vier Esel. Ich habe noch... 77 Esel. Also... Ich habe 77 Esel. Du hast nicht genug. Doch. Keine im Lager. Ja, aber deine 77 Esel sind auf den Straßen. Ach so. Ich dachte, wie viel ich eingelagert habe. Ja, dann werfe ich das wieder an. Ja, ach so. Wow. Kann ich auch sehen, wie viel ich... Ach, dann habe ich vielleicht auch nicht so viel Bier? Nee, doch. So viel Bier habe ich, oder? Kacken die die Wege voll? Okay. Ja, dann mache ich das wieder an. Die Eselzucht. Okay. Nice, danke. So, hier wird gebaut. Ist jetzt auch hoffentlich bald fertig. So, wie sieht sie aus? Können die da nichts rüberbringen, oder? So, da kommt wieder ein Schwert. Da kommt ein Soldat raus. Aber auch ein Schwert. Ehre. So, Wachtturm. Der ist jetzt gleich fertig. Geil. Münzen habe ich jetzt 14. So. Geil. Dann kann ich... Ja, dann mache ich die Hütte mit den Generälen. Die ballere ich halt mit dem Katapult weg. Beziehungsweise, er wird wahrscheinlich dann angreifen. Menschen können nur mit großen Schiffen auf Inseln gebracht werden. Achso, das heißt, hier passiert nichts, ja? Brauche ich da eine Werft dann? Ja, gut, dann kann das auch hier weg. Oh, Alter, Jesus. Das ist ja jetzt übelstankt. Okay, hier wird gebaut. Ist das ja auch eine Baracke? Nee, das ist eine Wachstube, oder? So, hier kommen die drei Soldaten. Oh, vier, fünf. Einige, sechs. Münzen auf. Gut. Wie sieht's aus mit Eseln? 81. Alter, es geht ja schnell. Holy shit. Ah, so. Äh, ah. Okay, Alter, ich brauche ein paar Spitzhacken. Ach ja. Hehe. So, schaufeln. Können wir aufhören. Alter, ich muss ultra viel schaufeln haben. 15. Scheiße. Okay. Dude. Hahaha. Einmal 15 schaufeln auf Ehre. Oh, shit. No. No, no, no. Äh, dahin? Ehre. 15 schaufeln, ey. Das löppt. So. Hier noch Ehre? Nö, oder? Wer hier noch? Ach, komm. Na, nee. Okay, ich brauche Spitzhacken. Nee, Hämmer brauche ich nicht. Ich brauche Spitzhacken. So in die Bergwerke, da brauchen die ja Spitzhacken für. Oder? So, Katapult schießt. Leute, die Soldaten sind auch drin. Okay, hier habe ich jetzt ein paar Holzsoldaten drin. Ja, warte. Den will ich aber eigentlich haben, ne? Okay. Äh, ja, scheiße, ne? Jetzt kann ich ja hier, kann ich hier angreifen? Ich könnte jetzt hier eine Festung bauen. Nee, kann ich nicht. Oh. So, ich probiere das mal. Geht nicht, ne? Ich kann hier nur eine Wachstube bauen. Ich gucke mal, wie die Attacke da oben verläuft. Ob da auch Generäle drin sind. Okay, anscheinend kommt da niemand entgegen, zumindest. Vielleicht habe ich Glück und ich kriege die Bude. Das wäre geil. Oh, ist ein General drin. Aber der hielt sich jetzt nicht nach jedem Einzelnen wieder voll, oder? Das wäre ja komplett broken. Nee, nee, nee. Sehr gut. Okay. Alter, wie ins Gesicht tritt der Asiate. Der kämpft mit seinem Fuß. Hä? Der hat ein Schild und tritt ihn nur. Okay. So, drei werden ja wohl reichen für den General. Okay. Alter. Ja. Ey, dann wertet die bitte mal auf hier. Warte, ich mache hier mal Stop. Die sollen mal die beiden hier aufwerten, bitte. Weil wenn das zwei Generäle sind, dann ist ja nice. Nice. Jetzt sind die besetzt. Ehre. Alter, sechs Spitzhacken auf einmal. Okay. Entspannt euch bitte. Okay. 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 Werde ich jetzt von Süden kommen. Okay. Kann ich hier welche hinschicken? Bitte upgrade die. Oh, wait. Ja, wobei, das lasse ich. Ja, das lasse ich. Gut. Kann ich jetzt hier noch was bauen? Ja. Okay. Boah, es zieht sich, ne? Ein bisschen. Das ist halt jetzt alles sehr slow. Ohne, ja. Ich brauche jetzt halt zehn Millionen Esel. Huch. Werkwerk verbraucht. Okay. Keine weiteren Fischbestände mehr. Gut. Musst du wissen. Werkwerk verbraucht. Dann hier bitte nochmal suchen. Ach, Gott. Gut. Haut da bitte Gold rein. Warum zum Wachtturm? Ich habe doch Stop gesagt. Ich habe halt ultra viel Gold. Ich glaube, ich mache hier noch eine Münzbrägerei, oder? Wobei, ich habe eigentlich genug. Hielen die sich wirklich voll wieder im Tower? Kann ich irgendwie das Spieltempo noch weiter erhöhen? Das ist ja komplett broken, dass sie sich voll heilen. Gut, dass sie es auch geändert haben in den folgenden Siedlerteilen. Weil das zieht dann... Also, ne? Dadurch zieht sich das einfach zu sehr. Oh, hier ist Kohle. Oh, why not? Wenn sie sich nicht voll heilen, würde es einfach schnell voran... Ja, mit Katapult ist das Problem. Dann... Ich will auch die Türme erobern, damit ich meine Truppen weiter voranbringen kann. So. Mit Katapult ist halt... Effektiv, auf jeden Fall, um jetzt... Ich will ihn halt einfach nur besiegen. So, ich will nicht einfach nur sein Land kaputt machen. Weil ich will effektiv in ihn reinrücken. RV habe ich schon, ja. Okay. Alter, bringt doch hier bitte Münzen hin. Was ist denn mit euch? Kann man hier vielleicht nochmal... Irgendwie abkürzen? Geht das? Ne. Der Sumpf blockiert. Das ist natürlich doof. Okay, aber hier sind die Straßen schon mal besser. Ja. Bringt doch bitte mir Münzen rein. Hier habt ihr es doch gemacht, bis ich... Bis ich nein gesagt habe. Kann ich hier im Gebiet einen Turm abreißen? Ob so, ich habe drumherum... Türme? Geht das? Ja? Okay. Weil, äh... Hier sind halt... Guck mal, hier ist ein General. Den... Dann mache ich... Ja, wait, dann rückt hier die Grenze ran. Das geht nicht. Hier ist einer... Hier ist eine Festung rechts davon. Links ist auch was. Ja, ich glaube, der kann weg. So. General Ehre. Ich glaube, der kann auch weg. Oh. Naja, muss der... Muss der Bauer wissen, bin ich ehrlich. Muss er wissen. So, die können weg. Okay. Alter, jetzt liefern die hier Gold. Ich hasse. So, sehe jetzt hier... Warum nicht? Alter, ich inti jetzt rein, damit die Generäle da hinrücken. Jawohl. Zwei Generäle. So. Trick 17. In allen Legern... Lagern Soldaten verbieten. Im Hauptquartier die General... Reserve hochstellen. Dann... What? In allen Lagern verbieten... In allen Lagern Soldaten verbieten. Im Hauptquartier die Generalreserve hochstellen. Dann ins Menü gehen und die Mannschaften auf Null drehen. Somit gehen alle Soldaten ins Hauptquartier und dann in die Reserve. Wenn du dann die Reserve runterdrehst, hast du die Generäle frei, die du an der... Ach so. Also ich ziehe alle Truppen ein. Und lasse dann nur Generäle frei. So, jetzt habe ich ihn. Mein Gott. Oh, lol. Okay, aber es würde 10 Jahre dauern, oder? So. Ich hier auch? Nee. Geil, da ist auch kein General drin. Nice. Den Wachtturm brauche ich. Ja, jetzt wird Rot einbrechen. Ich sag's dir. Zack. So. Jetzt... Ich glaube, jetzt ist der Knoten geplatzt. Hier sind zwei Soldaten... Ach so. Einer muss immer drin bleiben, ne? Wieso kann ich hier nicht mehr sein? Vielleicht reicht ja der eine. Vielleicht ist ja nur einer drin. So war der hier. Gold aus. Gold aus. Okay, dann probieren wir das mal. Also... In welchem Menü rufe ich alle Militär? Äh... Ach so. Hier mache ich auf 0 dann. Jetzt mache ich überall auf 0 quasi. Oh, was ich auch mal machen kann. Ja, Münzen sind schon ganz oben. Na gut. Ah, hier ist nur einer drin, ne? Weil da nur eine Fahne ist. Okay. Und hier sind vier oder so drin. Okay. Und hier ist gar keiner drin. Oh, General. Geil. So. Jetzt wird hier richtig drumherum erobert, Alter. Die sind jetzt kein Land mehr, Bruder. So, Wachstube fertig. Oh, jetzt direkt ein General, Alter. Das ist ein geiler Gen. Das ist ein wirklich sehr geiler Gen. So. Ja, hier soll das bitte richtig... Jawoll. Gucke mal. Und so zerbröselt der Keks. So. Aber das... Also, ich weiß nicht, ob ich das machen sollte, weil... Es dauert halt ewig, ehe die alle weg sind. Also, ehe alle abgezogen sind. In der Zeit bin ich angreifbar. So. Hier könnte ich doch einen Katapult bauen, der aufs Hauptgebäude schießt, oder? So. Das ist ein richtiger Huso. Gucke mal. Hier ist nur einer drin. Hier ist nur einer drin. Zugriff. Oh, zwei Generäle. Jetzt die Frage, kommen die aus dem Hauptgebäude raus, um hier zu deffen? Nee. Geil. Das Ding ist, bei der Grafik... Erkennt man jetzt an den Einheiten jetzt nicht sehr krass... Den Unterschied der Völker. Also, ja, so ein bisschen. Jawoll. Maschallah, die Hübsche. Wieso kann ich jetzt hier mit Vieren angreifen? Ich glaube, dann greife ich gleich das Hauptgebäude an, wenn ich hier genug Truppen rumherum gesammelt habe. Ich würde hier gerne ein großes Militärgebäude bauen. Wobei, ich habe hier den Wachturm. Wieso ist da nur ein Soldat drin? Weil die gerade angreifen, ne? Oh, das ist nur generelle Scheiße. Warte mal. Kann ich irgendwie einstellen, dass nicht die Stärksten zu Hause bleiben sollen? Bei einem Angriff? Bei einem Angriff? So, ne? Sollte ich viele angreifen? Ja, das... Das war's für ihn, Mann. Ich glaube, es sind meine T2-Units, die da kämpfen. Sollte er nicht schaffen. Er hätte auch noch einen General da. Ja, das war's für ihn. Okay, rücken jetzt Truppen nach. Geil. Du, jetzt kill ihn doch mal. Geht doch. Okay, dann machen wir hier alles voll. So. 3-0-G. Gut, ich könnte auch erstmal alles andere erobern. Und der Katapult macht den Rest. Das wäre auch eine Maßnahme. Also, dass sich die Leute heilen in Gebäuden. Dadurch stockt halt auch nicht der Angriff so sehr, ne? Also, einerseits... Ja, hat Vor- und Nachteile. Für den Angriff. So. Okay, jetzt habe ich einen Bergweg übersehen. Egal. Ne, ich sehe keine HP. Okay. So. Komplett abgeschnitten. Der Hund. Das macht gleich ganz entspannt, der Katapult, ey. Das wird Giga-Ehre. Der kann eigentlich weg. Ja. Geil. Robert. Huch. Äh. Hä, greift ihr hier an? Ne. Doch. Ne. Ich bin mir jetzt ein paar Angriffe raus. Gut, das läuft. Oh, Solar hat gehostet. Dankeschön. Dankeschön. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich hätte ihr lertet es nicht. Das ist das Problem dahinter. Okay. So. Hier nochmal Angriff. Die Hütte haben wir auch gleich. Ich muss sagen, das Münzsystem, also dass halt, äh, man Einheiten aufhält mit den Münzen. Das haben sie ja in Siedler 4 wieder gemacht. In 3 nicht. Und das ist eine der Dinge, die ich an 3 einfach richtig geil fand. Weil dieses, dass man, also so, Minen, also, ne, äh, äh, wie sagt man? Ich finde, bei 3 haben sie ja quasi eine neue Ressource eingefüge, äh, eingeführt, die man produzieren muss. Um Truppen aufzuwerten. Und das fand ich angenehmer, als wenn man noch weiterhin noch mehr Minen und so weiter mit Nahrung versorgen muss und belasten muss. Also hier bei, bei Siedler 2 und Siedler 4 ist es ja so, dass man quasi ja, äh, Ressourcen aus dem Boden braucht oder aus dem Gebirge. Ich fände gerade nicht das Wort ein für über, über, über Begriff, Bodenschätze. Äh, so, da geht jetzt einfach nur 3, 4 drauf. Und, ähm, das finde ich immer ein bisschen nervig. Weil, wie gesagt, man, äh, belastet halt damit noch mehr. Ich finde, man braucht so schon immer so viel Nahrung. So, hier werden Münzen vorangekarrt. Ist eigentlich gar nicht so gut. Naja, doch. Doch, hier ums Hauptgebäude, darum ist eigentlich doch ganz gut. So, Katapult bald fertig. Ja, ich fand einfach dieses Göttlichkeit-Ding geil. Gab's ja auch in 4 noch, aber in 4 nur für halt die Priester. Fand's auch eh geil, dass die noch dazu gekommen sind. Ist auch eine geile Mechanik. Ja. Also 2 ist richtig geil, macht Bock. Gerade für die Zeit. Aber man merkt doch, dass 3 und 4, also gerade so 3 als nächster Step, da noch vieles echt optimiert wurde. Aber das heißt nicht, dass das Game hier scheiße ist. Ich meine, es ist eine super gesunde Entwicklung, wenn man sich das mal so anschaut. Die Siedlerteile bis zu einem gewissen Punkt. Ne? So, dann haben wir ihn gleich. No, das ist das Hauptgebäude. Das wird jetzt gleich komplett weggeballert. Ja, irgendwie... Komm. 6. Der zerlegt hier alles. Ich brauche hier ein General dabei, dann fällt der. Das Katapult greift das Hauptgebäude nicht an. Echt nicht? Ja gut, das wäre auch echt hart eigentlich. Ja okay, dann gibt es jetzt die... Oh, nice. Connected. Okay, scheiß drauf. Ja, dann hier jetzt... Warten wir mal. Dass alle Truppen wieder da sind. Hauptquartier sind gegen Katapult immun. Alles klar. So, dann machen wir jetzt einen richtig fetten Angriff. 8? Ne. Geht mal wieder alle in die Hütten und dann go. Ist alles weg, ne? So. Mein Gott. Finale Angriff gleich. Boah. Wieso kann ich nicht mehr als 8 sagen? Hier müssen noch... Hier sind noch 6... 8... 10... 11... 14... Minus 1, 2, 3, 4, 5... Jetzt sind wir mal über 9. Ja, einer muss ja immer drin bleiben. Aber jetzt werden sie aufgestockt. 12, jawohl, komm. Angriff. Alles raus jetzt. Warum macht ihr nicht mit? Warte, kann ich jetzt direkt nochmal 5? Ehre. Zack. Und nochmal 1. Zack. Ausfall. Einfall. Was auch immer. So, da drin sind 4 Jungs. Teilweise nicht mal Generäle. Ha. Was für lächerliche Kacken am... So. Gebäude umstellt. Wie die Asiaten hertreten. Die T1-Units. So, das ist ein T2er. Der wird ein bisschen mehr durchhalten. Direkt nachrücken. Geil. Krass, dann kam der Siedler 3 nur ein Jahr später aus. Ein Jahr. Das ist halt so eine krasse Entwicklung. Also der Schritt einfach von 2 zu 3 ist so gigantisch. Krass. Stell dir mal vor, die hätten nach Teil 3. Weil 4 ist eigentlich nur eine minimale Verbesserung. Das sind so feine Schrauben oder so. Die da ein bisschen rumgestellt wurden. Zwei Jahre später. Okay. Stell dir mal vor, die hätten immer so weiter gemacht. Und hätten nicht irgendwann einfach scheiße verzapft. Dann hätten wir heute... So krasse Strategietitel, ey. Siedler 2 kam... 1993. Hä? Kompletter Bullshit. Siedler 1 kam 1994. So. Altert's. Okay. Holy shit. Jo, das war's. Oder? War ich jetzt gewonnen? Kein... Ja, GG. Wahrscheinlich müssen die jetzt noch ein bisschen zerplatzen, ehe irgendwas kommt, oder? GG. Alter, das war aber auch ein Akt. Hab jetzt auch anderthalb Stunden überzogen. Oh, ich hab übel, Knast. War aber entspannt. War heute auch eh ein bisschen ruhiger. Ist halt ein bisschen sloweres Game. Habe ich schon bei Siedler 1 gemerkt. Ich war auch heute ein bisschen durch. Aber... Es hat irgendwie gepasst. Ja, vielleicht abschließend. Also... Hatte ich jetzt in den letzten 10 Minuten schon ein bisschen drüber geschnackt. Find's halt mega geil. Ich find's schade tatsächlich jetzt so im Nachhinein, dass sie die Straßenmechanik... ...sein gelassen haben in den Folgeteilen. Auf der anderen Seite sind's halt... Sind halt doch einige Dinge verbessert worden. In Siedler 3. Äh, das Kampfsystem. Sorry, mag ich hier einfach nicht. In Siedler 1 und 2. Ich mag's, wenn man einfach riesige Armeen hat. Und... Oder haben kann. Und dann wirklich mehr Micromanagement machen kann. Das wollen sie jetzt ja beim kommenden Teil leider wieder so machen. Finde ich super nervig. Ist halt dann okay. Machst du einen Klick und dann guckst du zu... Ist halt lame. Äh, dann... So... Sie haben halt ein bisschen die Economy in Siedler 3 noch verbessert. Wir haben's richtig krass mit den Bauernhöfen gemerkt. Aber auch so mit der Schlosserei. Also... Ja... Viel Verbesserungspotenzial war auf jeden Fall noch da. Aber alles in allem ist halt ein geiles Game. Gerade für die Zeit. Kann man nicht sagen. 8 out of 10 würde ich sagen. So. Ich glaube es gab keine Siegbedingungen. Deswegen ist das Game hier jetzt noch nicht vorbei. Man könnte jetzt einfach noch die ganze Zeit weiter zocken. Aber ich gehe natürlich hier als Sieger vom Platz. Endlich zockt's mal die vernünftigen Siedlerteile. Ja, ich wusste mich halt erstmal durch viel Scheiße... Nach harter Arbeit kommt das Vergnügen, ne? So, dann steht jetzt eigentlich nur noch The Next Generation aus. Wie gesagt, Aufbruch der Kulturen. Ja... Ich würde es mal probieren. Ich glaube, ich kaufe mir mal so eine CD auf Amazon oder Ebay. Und gucke mal, ob ich da dann irgendwie mit... ...komischen Patches diesen Kopierschutz wegkriege. Damit man das halt, äh... ...ja, wieder zocken kann. Das wäre... Aber man muss auch dazu sagen, das sind halt zwei Teile, die, äh... Ja, wobei, Aufbruch der Kulturen nicht. Aber zumindest The Next Generation ist halt ein Remake vom zweiten Teil. Aber da freue ich mich echt sehr drauf. Weil, wie gesagt, das Game hier an sich, ultra geil. Nur hier und da ein paar Verbesserungen wären halt schon cool gewesen. Ich glaube, es ist sogar, wenn ich jetzt so gerade drüber nachdenke, das mit den Straßen ist cool. Aber ich glaube, es ist doch gut, dass ich es eingelassen habe, weil... ...das macht einfach den Transport von allem Möglichen so slow. Also es macht das Game so slow. Es ist halt ein Chill-Game. Aber einfach wegen diesen Straßen hast du halt immer diese engen Pässe, die machen es halt slow. Und ich glaube, bei R1 haben sie es gemerkt, so, oh, holy shit. Dann haben sie es hier bei R2 besser machen wollen, mit Eseln und so. Und dann, ich glaube, bei R3 haben sie gesagt, komm, wir lassen es einfach. Und dann, ich glaube, bei R3 besser machen wollen, mit Eseln und so. Und dann, ich glaube, bei R3 besser machen wollen. Und dann, ich glaube, bei R3 besser machen wollen. Und dann, ich glaube, bei R3 besser machen wollen. Und dann, ich glaube, bei R3 besser machen wollen. Und dann, ich glaube, bei R3 besser machen wollen. Und dann, ich glaube, bei R3 besser machen wollen. Und dann, ich glaube, bei R3 besser machen wollen. Und dann, ich glaube, bei R3 besser machen wollen. Und dann, ich glaube, bei R3 besser machen wollen. Und dann, ich glaube, bei R3 besser machen wollen. Und dann, ich glaube, bei R3 besser machen wollen. Und dann, ich glaube, bei R3 besser machen wollen. Und dann, ich glaube, bei R3 besser machen wollen. Vielen Dank.